So, Freunde, willkommen zurück beim Joker. Ja, das zweite Video, was ich heute noch hochlade, ist, finde ich persönlich, ein sehr witziges. Und zwar nämlich, handelt es sich hierbei um eine Diskussion. Eine Diskussion zwischen Rainer und einer gewissen Ehrenmulle namens Heike. Für die, die das nicht kennen, es ist wirklich ein sehr, sehr witziger Clip von Rainer in seinem Discord. Wie wir sehen, am 5.04.2020, wo Rainer halt anfängt, über Gott und die Welt zu reden und die Heike ihm dann halt ein bisschen Konter gibt. So, aus ein wenig wurde dann immer mehr und dann hat sich diese Diskussion halt etwas hochgestachelt. Letztlich kam natürlich der Bannhammer, aber alles, was hier diskutiert wurde, ist wirklich sehr witzig. Vor allem, weil es wieder zeigt, wie Rainer sich während so einer Diskussion verhält. Und weil er ja letztens so in seinem Stream gemeint hat, dass die Hater nicht kritikfähig seien, tja. Hier werden wir jetzt den Lord sehen, wie er auf Kritik und Konter reagiert. Und dann fangen wir mal an. Wir schauen beim ehrenhaften Rainer Archiv, dessen Kanal natürlich in der Beschreibung verlinkt wird. Also fangen wir an. Mein Glaube basiert darauf, dass die Menschen, oder generell, dass alle Lebensformen, ob jetzt Mensch, ob jetzt Tier, ob Pflanze. Alles besitzt eine Seele, selbst ein Planet besitzt eine Seele. Und ja, das ist Rainers Weltansicht, wie er sie immer hat. Alles hat eine Seele und wenn wir sterben, ist diese Seele dann eine Kugel aus Energie. Und ja, ich habe heute bei seinem Stream, gerade eben, ne, auch wieder gesehen, er hat auch wieder über Seelen geredet, komischerweise. Und da hat er mir gesagt, wie üblicherweise, ne, ich habe so eine große Seele. Die Hater haben alle so kleine Seelen und wenn ich irgendwann tot bin, dann stehe ich vor Millionen von kleinen Seelen. Und ja, dann werde ich alle Roundhouse kicken. Alles, was darauf lebt. Und im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass diese sämtlichen Wesen, die existieren, die haben die Möglichkeit, wie sagt man, wenn du stirbst, dann kommst du quasi in eine andere Art der Existenz. Beim letzten Mal, wo ich das mit jemandem erzählt habe, habe ich überlegt, das könnte vielleicht sagen, es gibt ja die zweite, die dritte, die vierte und vielleicht noch höhere Dimensionen. Äh, die wir nur nicht wissen. Und ein Wesen aus der dritten Dimension, was ja wir darstellen, kann die vierte Dimension nicht wahrnehmen. Und meine Meinung ist, dass wenn du stirbst, dass du quasi in die vierte Dimension aufsteigst, weil alle Energie, ähm, keine Energie geht verloren und keine wird erschaffen, sondern die Energie ist immer wahr gewesen. Darf ich da ganz kurz eine Frage stellen? Die Stimme, diese liebliche Stimme, die wir da hören, ist die ehrenhafte Heike, die hier jetzt auch mal zu Wort kommt, zu Rainers, ähm, ja, seiner Theorien, ne, von Dimensionen und Seelen und all dem. Bevor ich den Gedanken verloren habe. Ja, sie hat den Gedanken verloren, weil es ist halt Schwachsinn. Ja, was, was soll man zu sowas sagen? Wenn ja die anderen Dimensionen noch nicht bewiesen sind, wie kannst du dann wissen, dass sie existieren? So eine kleine, scheine Frage. Weil die erste, die zweite und die dritte Dimension existiert. Warum soll es keine Wurde geben? Aber warum sollte es dann eine vierte, fünfte, sechste, achten, zwanzigste und neunundzwanzigste geben? Das hat ja gar keine Evidenz. Genau, also, also hier Heike, ne? Heike, ähm, tut jetzt natürlich was ganz Gefährliches. Sie gibt dem Lord Konter, ne? Sie gibt dem Lord Konter. Äh, da gibt natürlich, äh, äh, Rainers, ähm, ja, wie soll man sagen, sein, Rainers, Rainers, ähm, schoppeln, ne? Die, die, äh, spitzen sich dann natürlich und, äh, er wird erwängen, Matt. Aber, äh, Heike hat natürlich schon recht, ne? Ich meine, wenn wir hier von den, von zweidimensionalen oder dreidimensionen reden, ne? Ähm, sind ja die, die, die ganzen Fortbewegungen, also, beziehungsweise die, ähm, die Möglichkeiten, sich zu bewegen, ne? In was für Dimensionen man sich bewegen kann, ne? Also, die drei Dimensionen werden jetzt quasi seitlich, äh, also links, rechts, ne? Hoch, runter, äh, und halt, äh, vorwärts, rückwärts, ne? Das sind so quasi die drei Dimensionen, die wir kennen. Vierte Dimension von, ja, wird ja angenommen, dass es quasi diagonal ist. Also, also, sich in wieder eine andere, komplett neue Richtung bewegt als die anderen dreien. Oder quasi alle drei zusammen, ne? Also keine Beweisbarkeit. Du kannst genauso gut sagen, äh, warum soll, warum soll es dies nicht geben? Kannst du den ganzen Witz... Das ist ja nicht, das ist ja keine Argumentation, wenn ich sage, Ja, nein, wenn, du kannst mir nicht beweisen, das Gegenteil, also, musst du glauben, dass es das gibt, dass es ja schwach sind. Doch, das ist Reinhard's Lieblingsargumentation. Ihr könnt nicht beweisen, dass ich keine zwei Freundinnen habe. Also hab ich sie. Beweisführung abgeschlossen. Ich kann es dir nicht beweisen und du kannst es mir nicht beweisen, aber, äh, der Witz ist, mein Glaube basiert nicht darauf, dass ich irgendwas beweisen muss. Meinen Glauben habe nur ich. Genau, so wie Reinhard's Glauben, äh, über seine Freundin ausdenken, äh, der ist ja auch da, ne, er glaubt dran, also existiert sie. Für ihn. Ich bin der einzige Mensch, der diesen Glauben hat, weil es... Ja, aber das ist ja schwach. Genau, genau, Reiner ist der einzige, der diesen Glauben hat. Weil Reiner ist was ganz Besonderes. Keiner ist wie Reiner, ne? Schwachsinn, wenn man eine... Die Glaube zeichnet sich ja durch Gemeinschaft aus. Wenn man Gemeinschaft nicht pflegen kann, dann ist auch das Glaubenskonstrukt, wie Religion und alles völlig irrelevant. Schwachsinn, der Glaube... Das ist kein Argument. Nein, Schwachsinn ist kein Argument. Dann lass mich halt erklären. Und unterbrich mich nicht alle zwei Sekunden. Drache, jetzt weißt du, warum ich immer den Müll rausbringe. Ja, freiwillig. Ich will mich auch nicht mehr, ganz ehrlich. Entschuldigung. Nee, sorry, ich erkläre das jetzt einfach gar nicht, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ja, Reiner hat keine Argumente mehr. Also, äh, hat er auch keine Lust mehr. Mein Glaube muss nicht bewiesen werden. Mein Glaube besitze nur ich. Und wenn du der Meinung bist, dass ein Glaube nur dadurch ein Glaube ist, äh, dass er, oder eine Religion ist, dadurch, dass er von vielen Menschen geteilt wird, dann mein Glaube braucht keine Religion zu sein. Das, woran ich glaube, muss keine Religion sein. Das muss für mich passen. Ich muss, ich muss damit leben. Und für mich muss es passen. Also, die bisherigen Religionen leben halt von Gemeinschaft, das stimmt schon. Aber ich meine, Weltanschauung kann ja auch sich, kann ja auch einzeln sein. Da muss ich sogar, Reiner, ein wenig, äh, Recht geben. Also, wenn man zu solchen Sachen, wie, ähm, das Leben nach dem Tod, was erwartet und so weiter, also, wenn jeder da an seine Sachen glaubt, ne, also, bitte, ne, also, mach, was du willst. Ähm, natürlich, solange es nicht, äh, das Gefährden von anderen Menschen, äh, beein, äh, einbezieht. Aber, wenn es dann wieder so um biologische und mathematische Fakten geht, ja, dann ist das, dann ist es wieder was anderes, ne? Wenn du da sagst, ah, ich glaube das und das, dann ist es, äh, ein wenig dumm, ne? Wenn du einfach sagst, ja, nee, äh, 2 plus 2, das ergibt für mich 5 und ich glaub dran und, äh, fertig. Aber eine Frage hätte ich noch, was verstehst du denn unter Dimensionen? Also, wenn ein Lebewesen eine andere Dimension dann erreicht, quasi durch den Tod. Weißt du, was die zweite Dimension ist? Weil wenn du das nicht weißt, dann brauch ich das gar nicht anfangen zu erklären. Also, ich meine, Dimension würde ich jetzt mir vorstellen in, äh, Äh, nicht vorstellen, ob das weiß, es gibt wissenschaftliche... Ja, denn die Dimension ist beispielsweise, zweidimensional bedeutet, man kann sich nur in zwei Richtungen bewegen, beispielsweise. Also, es gibt nur zwei Ebenen. Dreidimensional bedeutet, halt drei Ebenen, auf denen man sich hin und her bewegen kann. Aber natürlich. Wir können uns halt keine vierte vorstellen, weil wir können ja alle vorstellbaren Punkte für drei Dimensionen abdecken, deswegen ist meine Frage... Ja, die Sache ist, die, ein Wesen aus der zweiten Dimension kann die dritte Dimension nicht begreifen, weil dafür reicht das Verständnis des Wesens aus der dritten Dimension, äh, aus der zweiten Dimension nicht. Und für uns ist es genau dasselbe. Das Problem ist, wenn wir jetzt darauf aus... Wenn wir jetzt davon, äh, ausgehen wollen, beziehungsweise darauf hinaus wollen, dann müsstest du erst mal wissen, äh, wie die Theorien, das sind ja alles nur Theorien, von den, ähm, Zweiten und generell von den Dimensionsarten sind. Und wenn du das... Ach, mhm, Entschuldigung. Was? Ich bin einfach weggelaufen. Maja ist einfach weggelaufen. Achso, ja. Aber das menschliche Gehirn kann sich sehr viele Dinge vorstellen. Sie können mittlerweile sogar mathematisch errechnen, wie weit der Urknall zurückgeht, um wie groß das All sein wird. Wir können uns mit unserem beschränkten, angeblich beschränkten Verstand, können wir uns vorstellen, was Stephen Hawking in seinen Büchern so wunderbar, ähm, geschrieben hat. Nee, das können wir nicht, ne? Rainer sagt, die Menschen sind beschränkt. Und Rainer versteht nicht, was Stephen Hawking geschrieben hat. Und wer Rainer das nicht kann, dann kann es auch kein anderer. Ja, so, so läuft das. So läuft das. Es gibt zwei Sachen. Da gibt es sogar Evidenz für, dass seine Theorien wie Einstein und Stephen Hawking, ja, ich lasse dich ausreden, du lässt mich ausreden. Rainer, Rainer, wenn Rainer stöhnt, wenn Rainer stöhnt, ist einfach, weil er nicht das, weil er nicht das, äh, nicht diese Streicheleinheiten bekommt, die er sonst immer will, ne? Hier gibt ihm jemand Konter und er muss, er muss, äh, jemanden sich ausreden lassen, ne? Aber Rainer will das nicht. Rainer will, dass die anderen ihren Mund halten. Ja, und ihm, äh, den Speer lutschen. So soll das, äh, laufen. Ja, ganz wichtig. Es gibt zwei Sachen, die der Mensch nicht begreifen kann. Einmal die Unendlichkeit, einmal das nichts. Ich war immer noch nicht fertig. Es gibt, Stephen Hawking, gibt es, Stephen Hawking hat Mathematik. Habt ihr es, habt ihr es gemerkt, ne? Rainer unterbricht und, und, so läuft das, ne? Aber dieses Unterbrechen, das wird später auch ganz witzig, ne? Wie, wie er sich dann drauf stützt. Wir haben mathematische Beweise dafür gefunden, was mit Astrophysik zu tun hat. Schwarze Löcher, Ereignishorizont, etc., pp. Ja, aber für eine vierte, fünfte, sechste, achte, neunte, zwanzigste Dimension, gibt es keinen evidenten Beweis. So, und jetzt darfst du. Nur weil du etwas nicht weißt, heißt das nicht, dass es nicht existiert. Gott, weißt du auch nicht, dass es existiert. Nur weil tausende oder aber tausende von Menschen glauben, dass etwas existiert, macht es das noch lange nicht wahr. Es gibt keinen mathematischen Beweis für einen Gott, wenn du schon unbedingt auf Mathematik hinaus willst. Das ist inkorrekt, es gibt einen mathematischen Beweis für Gott. Ja, und der, 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 der Kerl, der da redet, ne? Für wir, die es nicht wissen, das ist der Freund von der Heike, der gerade in diesem Moment natürlich mit Rainer zockt, falls ich ja vergessen habe, das zu sagen, ne? Das ist der Freund, der gerade mit Rainer zockt. Und ja, ne, man sieht dann wieder natürlich, wie Rainer auf solche neuen Infos reagiert, ne? Das ist alles Blödsinn, das ist alles Schwachsinn, ne? Alles Massendenken, alles manipuliert und so weiter. Weil Rainer es nicht versteht. Und was Rainer nicht versteht, das existiert auch nicht, ne? Rainer kapiert nicht, wie man Steuern zahlt. Braucht er keine Steuern zahlen, ne? Nonsens plus Vollidurgie plus Menschenmasse-Kontrolle, das da gibt dann Gott. Genau, das ist Rainers Denken. So läuft das. Genauso läuft das nämlich, weil... Ja, seht ihr, genauso läuft das. Professor Doktor Rainer hat gesprochen. Die Götter werden nur durch den Glauben von Menschen aufrechterhalten. Oder durch den Glaube generell erhalten. Äh, ja. Ja, das wird in jeder Bibel, in jeder Geschichte, in jedem Scheiß, wo das erzählt. So, das ist eigentlich, äh, ziemlich falsch, ne? Wir wissen, jeder, der mal die Bibel gelesen hat, jeder, der erstmal die ersten zehn Seiten gelesen hat, der weiß, äh, dass Gott vor den Menschen existiert hat, ja? Gott braucht nicht die Menschen, um zu existieren. Das ist so der christliche Ansatz. Ist auch der jüdische und der muslimische Ansatz, ne? Äh, äh, Götter brauchen nicht die Menschen, ne? Menschen brauchen die Götter. So soll es eigentlich sein. Also, so wird es eigentlich, ähm, äh, meistens, äh, gedeutet. So, aber nee, Rainer, Rainer guckt sich irgendwelche Animes an, oder, oder irgendwelche Serien, ähm, und sagt dann, ne, wie, ich, äh, ne, die Götter kommen nur, äh, äh, wenn man an sie glaubt, ja, so, so, äh, funktioniert das. Ähm, und wenn es so, wenn es wirklich einen Gott gibt, warum soll es dann nicht mehrere Götter geben? Der Witz drin ist, dass es aber immer heißt, ja, ähm, du darfst keinen Gott haben neben mir. Ja, das ist schon mal komplett arrogant. Und sowas ist definitiv etwas, was völliger Schwachsinn ist. Ja, Rainer, das ist, äh, 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 ja, das ist Monotheismus, was willst du denn? Ja, das ist der Eingott-Glaube. Ja, aber das ist, das ist, wenn du es an der Bibel liest, ist es halt altes Testament. Und, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei einem Religionsunterricht, aber bei uns wurde einfach gesagt, äh, altes Testament ist für heutige Lehren, äh, für heutige zum Beispiel in der Schule, das ist nicht mehr, ähm, das wird, darauf stützt man sich nicht mehr zu stark, allzu stark. Ja, das alte Testament ist halt, äh, aus einer Zeit, wo, wo, wo vollkommen andere Verhältnisse waren. Ja, viel, ähm, äh, ja, viel strenger, viel, ja, fanatischer, muss man auch sagen. Und das wurde ja alles, äh, sag ich mal, ein bisschen aufgelockert durch halt neues Testament und Jesus. So, und das ist ja auch das, worauf sich die meisten, äh, Religions, äh, Religionslehren heute stützen, ne, Religionsunterricht und so weiter. Also, man stützt sich eigentlich meistens auf Jesus und das Neue Testament, ne, Nächstenliebe und so weiter und so fort. Also, dass es einen mathematischen Gottesbeweis gibt, der dann auch noch einen spezifischen Gott beweist, äh, davon habe ich nichts gehört und das, davon, das glaube ich nicht. Ich hab schon mal davon gehört, tatsächlich. Ja, also Rainer, äh, interessiert sich auf jeden Fall für solche Themen, ne, das sind, das sind seine Themen da, da wird das, äh, alles mal in der Nacht, ne. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Rainer. Ich guckele einfach mal nach Gödel's Theorie. Gödel von 1906 bis 1978 hat mathematisch bewiesen, nachdem er eine These aufgestellt hat, dass es einen Schöpfergott geben muss. Muss, ja. Ja. Das ist trotzdem ein Witz, dass es nur eine Theorie ist. Nein, er hat eine These aufgestellt und hat dann eine Mathematische... Nein, du hast... Ich weiß ja nicht, welche Schulbildung genossen hast. Ich war auf dem... Jetzt, 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 äh, ja, jetzt kommt, äh, die Heike natürlich in ein, 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 äh, weiteres Thema, was Rainer mag, ne. Äh, Bildungsstand. Das ist, das ist Rainers, eines von Rainers Lieblingsthemen. Ähm, das wird auch richtig witzig im Laufe des Videos. Also, ich habe einen Universitätsabschluss, ja, und ich habe gelernt, ein, ich brauche eine These, um nach etwas gezielt zu forschen, um dann dafür einen Beweis zu finden. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum ihr alle, alle immer so ein beschränkter Verstand habt. Die These war, gibt es einen Gott. Der Beweis, der Beweis, war die mathematische Formel. So, Heike erklärt ihm, was Rainer brabbelt einfach dazwischen, weil er sowieso nicht mitkommt. Er kommt sowieso nicht mit dem ganzen Zeug mit. Deswegen ist es ihm auch vollkommen egal. These, gibt es einen Gott, Beweis, Formel, Gleichung ist existent. Alter, wie hältst du das mit der aus? Ohne Scheiße, ich kenne die jetzt nur wie lang? Zehn Minuten und ich würde am liebsten schon davon drinnen, Alter. Weil das ist ja bannen. Ja, ich würde sie am liebsten bannen. So läuft das, so, so reagiert Rainer, wenn er mit etwas, mit etwas konfrontiert wird, ne? So reagiert Rainer, wenn er mit etwas konfrontiert wird, wo er verliert, ne? Ich bann einfach. Ey. Sie hat einen sehr schönen Körper, weißt du? Ja, das ist aber auch schon wieder so eine beschränkte Einstellung eigentlich, finde ich. Ganz ehrlich, wenn du so engstündig bist, wie glaubst du dann, wie, wie, du wirst nie irgendeinen Beweis für irgendetwas finden, an das du nicht glaubst? Rainer hat wirklich keine Ahnung, was Mathe ist, ne? Wie Mathe funktioniert. Rainer hat wirklich keine Ahnung, wie, wie sich das alles aufeinander stützt. Aber wie soll Rainer das auch? Rainer kann nicht einmal das simpelste Einmaleins. Etwas zu glauben bringt dir dann fast nichts. Weil du so einen, weil du so einen beschränkten Verstand hast und so eine beschränkte Ansicht der Welt hast. Tut mir total leid, ich bin eben gar nicht beschränkt, weil ich habe mich für viele Dinge geöffnet. Ich sage nicht, dass du beschränkt bist. Keiner hat gesagt, sie ist beschränkt. Ich habe nicht gesagt, dass du beschränkt bist. Doch, das hast du gerade gesagt. Ich sagte nein. Ich sagte nicht, dass du beschränkt bist. Du hast mich gerade beschränkt genannt. Nein, ich habe gesagt, dass du... Doch, hast du. Wenn du mich nochmal unterbrichst, fliegst du raus. Nochmal sage ich es nicht. Ich habe nicht gesagt, dass du beschränkt bist. Aber ganz ehrlich, bist du. Muss ich jetzt dazu sagen. Genau, sie ist beschränkt. Kommt sie hier mit mathematischen Formeln und Fakten an? Dabei hat Rainer doch gesagt, dass das alles Schwachsinn ist. Rainer hat gesprochen. Ja. Rainer hat recht. Auf jeden Fall. Ich habe gesagt, dass du einen beschränkten Verstand hast. Eine beschränkte Sicht der Dinge. Habe ich nicht. Ich bin sehr gebildet, sehr kulturell vielseitig. Da merke ich echt nichts im Moment gerade. Ja, Rainer, von dir merken wir davon in den letzten zehn Jahren auch nicht viel. Das ist unglaublich einfach. Rainer, der Dully aus einem 50-Seelen-Dorfen, ne, sagt einer, sagen wir mal, Studentin, die mittlerweile wahrscheinlich auch arbeitet, dass sie einen beschränkten Verstand hat. Mhm, ist klar, Rainer. Ja, merke ich bei dir leider gerade auch nicht. Also, ich versuche zumindest offen für alles Neue zu sein. Nein. Merkt man, Rainer, merkt man wirklich. Dann würdest du nämlich, würdest du die Arbeit machen, nach Gödel zu googeln, würdest du schauen nach der mathematischen Formel, die recht simpel ist, wenn man die zehnte Klasse in der Serialschule besucht hat. Und dann ist es gut. Rainer hat nicht einmal die Dully-Schule geschafft. Ja, Rainer hat keinen Abschluss. Rainer ist abgegangen. Also, das ist, ihr habt beide nicht recht eigentlich. Ich weiß, dass es diese mathematische Formel gibt. Das ist nicht. Genau, Rainer weiß von dieser mathematischen Formel. Aber er hat gesagt, sie ist falsch. Ja, da, ganz klar hat er recht, ne? Professor Doktor Rainer hat gesagt, diese Formel ist falsch. So, fertig. Das weiß ich, da brauche ich nicht nach googeln, weil ich davon schon vor langer Zeit gehört habe. Aber ich halte es für Schwachsinn, nach einem übernatürlichen Wesen, dessen Energie du nicht mal messen kannst, zu suchen und zu behaupten, dass es existiert, nur weil du sagst, dass es existiert, weil eine Formel existiert, für eine Form von Energie, für eine Form von einer Existenz, die du nicht nachweisen kannst. Du kannst keine mathematische Form mit etwas aufbauen, dass du weder fühlen, sehen, riechen, noch mit einer anderen Art und Weise von Sinnen wahrnehmen kannst. Ja, das ist alles, das ist alles, was Rainer, das ist alles, was Rainer kann, ne? Das ist alles, wie Rainer die Welt sieht. Was ich nicht sehe, was ich nicht höre, was ich nicht schmecke oder sonst etwas, das existiert nicht für mich. Das ist, wie Rainer denkt. Das ist, wie Rainers mathematische Fähigkeiten, sagen wir es mal. Das ist, soweit die gehen. Rainer kennt es nicht, also gibt es das nicht. Fertig. So läuft das. Und wenn Rainer sagt, das gibt es nicht, dann gibt es das nicht. Fertig. Riechst du in der Luft? Ja, durchaus. Nein, du riechst Gerüche in der Luft. Du riechst kein reines O2. Da wirst du ein sehr spezieller Mensch. Und wir wissen, Rainer ist ein sehr spezieller Mensch, ne? Sehr, sehr speziell. Niemand riecht reines O2. Also, da muss ich ihr recht geben, man kann, also, es gibt... Und wieder diese kleinen, wie er es nicht sein lassen kann, der Heike noch so, 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 kleinen, ja, sie, sie, noch mal so ein bisschen so, so, zu, zu, ich will die sagen, doch so beleidigen, dass er immer wieder was sagen muss, ne? Rainer kann sich das nicht auf sich sitzen lassen. Er muss immer wieder ein bisschen beleidigen. Gase, die kann man halt nicht riechen. Es gibt Gase, die kann... Wind kann man fühlen, das ist richtig. Wind ist aber nicht O2. Nicht jedes Gas. Das ist O2 in Bewegung. Das ist trotzdem O2. Nein, es ist O2 in Bewegung. Na und? Das riechst du nicht, das fühlst du. Ob in Bewegung, ob in Bewegung oder nicht, es ist O2. Und es bleibt auch immer O2, weil die mathematische Formel für Wind, äh, für Luft, was ja O2 ist... Hey, hier auch wieder ein wunderbarer Beweis, wie Rainers Hirn funktioniert, ne? Rainer hört Worte, von deren Bedeutung er keine Ahnung hat und benutzt die einfach, um ein wenig schlau zu wirken. Ne? Hier haben wir es gesehen. Mathematische Formel, was die Heike benutzt hat und dann O2. Ja, das ist genau die gleiche Situation wie Implementieren und Antiquitiert. Er benutzt einfach Worte, um sich ein bisschen schlauer äh, äh, darstellen zu... darstehen zu lassen. Ja, aber letzten Endes wissen wir, Rainer ist einfach ein Dulli und er hat keine Ahnung, was diese Worte bedeuten. Ja, die mathematische Formel für Luft, die O2 ist, ne? Kannst du dadurch, dass es bewegt, wird es nicht anders benannt. Und selbst wenn es der Fall wäre, dann wäre es nur von Menschen so benannt worden. Genauso wie diese ganze Quatsch, wo mich immer aufregt, von wegen äh, diese ganzen, äh, Atome und, und, äh, Neutronen und ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, die ganzen mathematischen Formen, die ganzen, die ganzen Bezeichnungen für verschiedene Moleküle. Das sind alles nur die Sachen, die wir Menschen, denen den Namen gegeben haben, damit man es ja bezeichnen kann. Ja, Rainer, und das ist auch richtig so. Wie, wie willst du die Dinge denn sonst unterscheiden? Wie willst du die Dinge denn sonst unterscheiden? Nur weil du es mit deinem Erdnuss-Gehirn nicht hinkriegst, die Dinge, äh, zu deuten, muss nicht der Rest der Menschheit, äh, darauf verzichten und es für dich runterschrauben. Ja, na klar, benennen wir Dinge um. Ja, nimm mal Wasserstoff. Wasserstoff ist durchsichtig. Genau wie Sauerstoff. So, aber wenn du an Wasserstoff eine Kerze ranhältst, dann fliegt dir alles um die Ohren. So, na klar, unterscheiden wir das dann. Würden wir es nicht tun, was wäre dann wohl los? Junge. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass wir sämtliche, äh, Atome, sämtliche Moleküle, sämtliche Sachen, die es im gesamten Universum gibt, dass wir die, dass wir die kennen. Das hat auch niemand gesagt, Rainer. Das hat niemand gesagt. Ja, niemand hat gesagt, dass wir alles kennen. Aber wir wissen jeden Tag ein wenig mehr. Und wenn neue Erkenntnisse kommen, dann wird sich, dann, dann, dann aktualisiert sich unser Wissensstand. Dann geben wir diesen Dingen auch neue Namen, soweit es geht. Nur weil wir sie so bezeichnen. Es kann gut sein, dass wir aufgrund unserer aktuell noch beschränkten Technologie nur ein Atom sehen und sehen, das ist ein Atom für uns von, oder es ist ein Atom vom Wasserstoff oder was weiß ich. Und dann sagst du, es ist ein Wasserstoff und dann merkst du aber irgendwann in ein paar hundert Jahren, wenn du noch bessere Technologie hast, wenn du noch bessere Mikroskope und alles hast, merkst du irgendwann, dass du zwei Wasserstoffatome angeschaut hast und davon ist aber das eine gar kein Wasserstoffatom, weil es ganz minimale kleine Änderungen hat, wo du gar nicht nachbeziehen konntest. Das nennt sich Nanopartikel, die gibt es bereits, das weiß man schon. Und das sind vorher aber keine Nanopartikel und das, worauf ich hinaus will, ist, in ein paar hundert oder in ein paar tausend oder auch nur in ein paar Jahren findest du, kommen die Technologien noch weiter und dann weißt du, dass es davon noch mehr Unterschiede gibt. Ja, Rainer, wenn sich das weiterentwickelt, dann kann es doch wohl kaum beschränkt sein. Ja. Dann sind die Menschen noch nicht so beschränkt, wie du bist. Ja. Es entwickelt sich doch alles weiter. Wir entdecken neue Sachen jeden Tag. Ja, die Technologie der Menschheit schreitet jeden Tag weiter voran. Also, ich meine, selbst heute haben wir Zugang zu Dingen, die hätten wir uns vor 50 Jahren nicht einmal denken können. Sprich zum Beispiel Handys. die kleiner sind als so manche Hände. Hätte sich keiner denken können. Jetzt sind sie Realität. Und was wird wohl in der Zukunft passieren, in den nächsten 20 Jahren, 25 Jahren? Da kommen noch viele Dinge auf uns zu, Rainer. Nicht für dich, aber für den Rest der Menschheit auf jeden Fall. Dinge, die wir vorher nur noch nicht wussten. Das ist schon richtig, aber es, also, das ist ja, im Prinzip sind das ja alles Betrachtungen, die gemacht werden. Also, man schaut sich das halt alles, so wie man sagen kann, das ist ein Stuhl, oder das, also, man schaut sich halt an, man hat irgendwann gesehen, ein Objekt, egal welches, oder ein Gas, besteht aus vielen Atomen, das hat man dann halt irgendwann so genannt. Aber das ist ja was, es gibt einen Unterschied zwischen Theorien und gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also, man kann ja sagen, das ist so aufgebaut, wie wir ein Atom definiert haben. Aber was man halt nicht sagen kann, ist wie ein Atom im Endeffekt dann nicht wirklich aufgebaut ist. Ich würde es eher formulieren, ich würde es eher so formulieren, dass es nur nach unserem aktuellen Wissensstand so ist. Das ist nämlich genau der Punkt. Ja, aber das wäre wie zu sagen, nach unserem aktuellen Wissensstand ist ein Baum ein Baum, also, aber ein Baum bleibt ein Baum. Ja, aber es gibt auch bei Bäumen tausende Unterschiede, auch nur bei den kleinsten Bäumen. Ja, es gibt tausende Unterschiede, aber trotzdem kann man sagen, dass ein Baum ist strukturell so aufgebaut, da hat ein Baumstamm und oben hängen Äste dran und vielleicht auch noch Laub oder Nadeln. Also, es gibt schon... Exakt, danke, Dirk. Ja, das ist die Kategorisierung von Dingen. Ja, natürlich, das ist alles, damit wir wissen, wie... Damit wir... Das ist einfach dafür... Einfacher für uns... Es ist alles zu ordnen, natürlich, ja. Ja, das heißt... Nur, weil er sich in Details unterscheidet, ist er trotzdem von derselben Artengattung. Nicht unbedingt. Das wird... Selbstverständlich. Nur weil es jetzt... Es gehören alle zu und zum Baum und dann... Ja, vor hunderten Jahren hat man... Vor hunderten Jahren hat man irgendeiner Viech entdeckt und hat ein anderes Viech entdeckt und hat gesagt, das ist das gleiche Viech. Ja, äh... Ja, Viech, ne? Rainer ist... Ist sehr, ähm... Rainer interessiert sich sehr für solche Themen, ne? Viech. Ja. Und dann wurde aber irgendwann ein paar Jahre später rausgefunden, dass es ein ganz anderes Viech ist, als es nur ähnlich ausgesehen hat. Kannst du dieses Wort Viech etwas näher definieren? Ich weiß das Tier jetzt... Ich weiß den Namen des Tiers jetzt gerade nicht. Ja, das ist dann immer relativ schlecht, wenn man einfach... Aber das ist speziell bei... gehandelt. Es sind aber keine Insekten, es sind Spinnentiere. Das ist eine komplett andere Gattung von Lebensform. Ja, aber das ist doch dann wieder das, was du sagst. Reine Definitionssache. Wenn irgendjemand irgendwann gesagt hat, dass Spinnentiere sind eine eigene Gattung, dann... Äh... Deswegen war das natürlich danach träglich auch falsch. Aber das ist ja dann wieder, wie gesagt, eine Definitionssache. Das ist das Wunderbare an Wissenschaft. Sie entwickelt sich weiter, wird feiner wie so ein Sieb. Ja, also wenn ich ein Sieb nehme, nehme ich ja erst mal ein grobes, um den großen Dreck wegzuscharren. Dann nehme ich ein feineres, um den etwas feineren. Und dann so mache ich es immer weiter, bis ich zum Atom komme. Und dann vielleicht noch weiter in die Nanophysik. Und dann, was nach dem Nano kommt, wissen wir nicht. Wir wissen auch noch nicht, was hinter dem Ereignis Zorizont eines schwarzen Loches ist. Wir wissen, dass es ein schwarzes Loch gibt. Wir wissen ziemlich viel noch nicht. Ja, aber wie gesagt, unsere Wissenschaft, unser angeblich so beschränkter Geist, hat all das in den letzten relativ kurzen Jahren von 200 Jahren kennengelernt. Also man kann nicht sagen, es muss irgendwo ein höheres Leben geben, das sich nicht um uns schert. Doch, das hast du gesagt. Ich habe dir zugehört. Nein, ich habe, nein, hast du offensichtlich nicht. Das hast du gesagt. Ich habe gesagt, ich halte es für möglich. Nein, du hast gesagt, es gibt irgendwo ein. Ja, genau. Ich verwende, ich verwende, vielleicht einmal in 100 Jahren eine Absolutheit. Aber ich... Also Rainer hat das gesagt. Rainer hat gesagt, dass man Gott nicht begreifen kann, dass es ein Wesen von unendlicher Energie oder was weiß ich, hat er gesagt. Ach Gott. Als ob man da, weil es ein Gebrabbel wirklich zuhören kann. Und ja, Rainer mit seinen Absolutheiten. Rainer, natürlich verwendet er immer Absolutheiten. Immer. Ja, die Hater. Die Polizei. Die so und so. Rainer verallgemeinert alles. Er glaubt doch auch, dass die Kritiker eine geplante Organisation sind. Er glaubt wirklich, dass wir das alles planen. Dass das alles geplant ist. Er hat ja auch mal geglaubt, als er mal gebottet wurde. Wo er dann so, was weiß ich, was waren das, einmal 8000 Zuschauer im Livestream hatte. Da hat er ernsthaft geglaubt, dass das eine organisierte Aktion war, wo die Kritiker ihm zeigen wollten, was für eine Macht sie haben. Rainer hat das in seinem Verstand, wie auch immer, so gewertet, dass das eine Machtdemonstration der Kritiker war. Ein simples Botten von Leuten. Da merkt man einfach, was in Rainers Kopf eigentlich so wirklich abgeht. Ich habe mit Sicherheit gesagt, dass es so ist, anstatt dass ich jetzt für wahrscheinlich halte. Du hast halt gesagt, ich glaube, dass das so ist. Also im Prinzip, was das halt so ist. Ja, was was daran bedeutet, dass es die Möglichkeit implementiert und nicht, dass ich sage, dass es so ist. Was ich glaube, das ist ja seit spätestens, die Haut ist kein Organ. Ja, ja, die Haut, oh Gott, diese Diskussion, ja. Die Haut ist kein Organ. Für die, die es nicht wissen, es gab früher schon einmal eine Diskussion. Die hat auch vielen Leuten gezeigt, was Rainer für ein Mensch ist, wenn es um solche Themen geht. Und zwar nämlich, gab es eine Diskussion, Rainer meinte, die Haut ist kein Organ, weil Organe sind nur das, was im Körper ist, sprich Leber, Lungen und so weiter. Sagt ihm jemand, nach einem kurzen Blick, fünf Sekunden googeln auf Wikipedia, die Haut ist ein Organ. So, wie reagiert Rainer, als man ihn berichtigt? Nein. Nein, ich sehe das anders. Die Haut ist kein Organ. Organe sind nur im Körper. Ja, aber das wird hier gesagt, es ist ein Organ. Ja, das ist falsch. Ja, aber das ist so, Rainer, das haben Wissenschaftler so gewertet. Ja, diese Wissenschaftler sind durch. Ich habe gesprochen. Professor Dr. Rainer von der Universität Alsschauerberg. Äh, wo es offensichtlich, dass ich, nur weil ich so etwas sehe, noch lange nicht das als absolut erzähle. Und mich schon oft genug mit verschiedenen Sachen auch korrigiert habe. Blöd. Ja, korrigiert hat. Wenn er gezwungen war. Rainer hat sich korrigiert, wenn er dazu gezwungen war. Ja, bestes Beispiel bei der Verhandlung. Ne? Wo Rainer gesagt hat, dass die Polizei ihren Job nicht macht. Rainer sagt, die Polizei macht ihren Job nicht. Die Richterin sagt, Herr Winkler, das können Sie nicht sagen. Die haben ja eindeutig ihren Job gemacht. Okay, die machen doch ihren Job. Das war erzwungen, ne? Rainer hätte sich niemals selbst korrigiert, wenn er nicht dazu gezwungen werden würde. Er würde sich niemals selbst korrigieren. Weil, wir wissen es ja, Rainer hat immer recht. Was ist jetzt eigentlich dein jetziger Standpunkt? Ist die Haut ein Organ oder nicht? Ich betrachte es anders. nach wie vor. Rainer sieht es anders. Natürlich sind natürlich alle anderen wieder zu dumm, weil Rainer, Professor Doktor Rainer hat entschieden, die Haut ist kein Organ und damit hat es sich erledigt. Fertig, Punkt aus. Aber du akzeptierst, dass die Wissenschaft sagt, die Haut ist ein Organ. Genau. Rainer ist so gütig, Rainer ist so gütig, er lässt den anderen 99,9% der Weltbevölkerung, lässt er ihren Irrtum, dass die Haut ein Organ ist. Rainer ist so gütig, er lässt den anderen ihren Irrtum, aber er weiß, er weiß, dass er es besser weiß. Könnt ihr euch nicht ausdenken, oder? Ich sage, von mir aus kann die Wissenschaft so bezeichnen. Ich sage aber, ich sehe es anders und das darf ich auch tun. Das ist nämlich meine freie Entscheidung und mein freier Wille. Ja, Rainer, das kannst du gern machen, nur es ist halt sehr, sehr dumm. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum du dann in Biologie auf der Dulli-Schule dann immer eine 6 geschrieben hast. Und das ist auch nicht nur, weil du dich nicht zugeben willst, irgendwie, dass du dich gebetrachtest. Was? Hat er gerade gemacht, wollte er gerade andeuten, dass Rainer darauf beharrt, nur weil er, nur weil das aus einer trotz Reaktion herrührt. Rainer und trotz Reaktion, also bitte. Also, das ist doch lächerlich. Ich sehe, ich betrachte ein Organ als etwas, was innerhalb des Körpers liegt und was eine... Das ist schlüssig, das hast du damals auch so gesagt. Ich definiere ein Organ einfach anders. Ja, du definierst es falsch, Rainer. Deine Definition ist Schrott. Dann kann man auch sagen, man kann nur hirntot sein, wenn man ein Hirn hat. Ja. Weil, wenn ich nicht daran glaube, dass der Mensch ein Gehirn hat, dann kann er auch nicht hirntot sein. Dann sollten manche... Weil er ja dann auch, weil Hirntot kann ja nur existieren, wenn ich Hirn habe. Tja, das ist eine relativ schwache Argumentation. Rainer ist wirklich, jedes Mal versucht, irgendwie so, während sie redet, halt, sie zu beleidigen, wie er es einfach versucht. Es ist so hart lächerlich. Ich mache mir sehr viele Gedanken, leider tut mir leid. Wenn wir schon mal beim Thema irgendwie übernatürlich sind, glaubst du eigentlich, dass es Aliens gibt oder sowas? Also irgendwie noch andere Lebensformen? Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir die einzigen Lebensformen auf dem Planeten sind, im gesamten Universum. Das ist bereit für alle, dass wir das nicht sind. Es gibt in All sehr viele Mikroben, also Einzeller, die ist sogar, die wahrscheinlich sogar das Leben auf der Erde ausgelöst haben. Aminosäuren. Wir waren ja alle, wir haben ja in Biologie mit Aminosäuren und Evolutionstheorie gearbeitet. Genau. Rainer ganz sicher auch, ne? Auf jeden Fall. Aminosäuren brauchst du jetzt nicht erklärt. 14. Ja, Level, Entschuldigung. Ach so. Erst? Du warst doch schon viel höher. Ja, aber es ist die Frage, was man als Alien, betrachtet. Also ich meine, Einzeller ist ja nicht das, was wir uns unter einer entwickelten Lebensform vorstellen. Ein Alien bezeichnet die Tatsache, dass es ein Lebewesen außerhalb unseres Planeten ist. Das ist ein Alien. Ein entwickeltes Leben? Dann wären wir wieder bei der Frage, die ich entwickle. Also auch ein Einzeller. Ja, alle jegliche Art von... Wie genau ist die Aussage von Alien? So, Rainer weiß nicht, was Einzeller sind. Rainer weiß nicht, was Einzeller sind. Rainer weiß nur, Alien ist gleich außerirdisch, außerirdisch gleich nicht von der Erde. Punkt. So geht Rainers Formel. Ein außerirdisches Leben. Außerirdisch bedeutet außerhalb unseres Planeten. Außerhalb der Erde. Also ist alles ein Außerirdischer. Selbst wenn es auf dem Mond leben würde direkt, wäre es trotzdem ein Außerirdischer, wenn man es genau betrachtet. Aber... Wenn man es wortwörtlich nimmt, das Wort Außerirdischer. Oder nicht? Ja, doch. Wir sind alle Aliens, gehen wir von der gängigen Theorie aus, dass wir mit einem Kometen die ersten Aminosäuren in die Ursuppe geplumpst sind, wo sie sich dann sehr gut entwickeln konnten. Da wir uns auf der Erde hinbezogen haben, sind wir keine Außerirdischen. Der Ursprung allen Lebens ist eine Aminosäure. Diese Aminosäure kam aus dem All. Also haben wir... Wieder dieses Stöhnen, ne? Wieder dieses Stöhnen, weil Rainer es nicht checkt. Weil es ist alles zu hoch für ihn, ne? Es ist alles zu hoch für ihn. Rainers Kopf funktioniert in so einfachen Maßen, dass jede Information, die darüber hinausgeht, einfach als nervig abgetan wird. Es geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Was jucken ihn Aminosäuren? Er hat sowieso keinen Plan. Aber Heike weiß das. Heike weiß das. Haben wir all in uns und sind eigentlich Aliens. War nicht alles mal das All? Außerirdisch. Zum Zeitpunkt des Ursprungsrechts. Geboren und aufgewachsen. Und deswegen sind wir keine Außerirdischen. Ketzadler, verschwinde von meinem Planeten. Weil Außerirdisch ist ja ein Lebewesen, das außerhalb unserer Erde, Außer Erde, Außerirdisch geboren wurde. Deswegen sind wir keine Außerirdischen, weil wir auf diesem Planeten seit was weiß ich wie vielen Jahren leben. Es kann sein, dass wir irgendwann mal hergekommen sind, aber es ist genau das Gleiche, wie wenn jetzt jemand von einem anderen Kontinent oder aus einem anderen Land hierher zieht, dann ist er auch kein Deutscher. Wenn aber seine Kinder hier geboren werden, dann sind es in Deutschland Geborene und dadurch Deutsche. Ja Rainer, aber das ist alles nur der Name. Ich gehe mal von dem aus, was die Heike hier gesagt hat, weil sie hat ja recht. Also wenn wir wirklich von einem, also wenn die Menschheit von Außerirdischen Ursprungs ist, unsere Aminosäure und unsere Bausteine und so weiter, ja dann sind wir halt nicht, dann sind wir halt nicht auf, also irdischen Ursprungs, gehen wir mal davon aus. Ja was Rainer hier wieder sagt, ist eigentlich wieder kompletter Mist. Also ich, es wird vielleicht ein bisschen, es klingt zwar eigentlich ganz nett, aber eigentlich ist es wieder kompletter Mist, weil du kommst nicht hierher, einfach von irgendwo und bist dann halt, wie er sagt, du bist dann halt sofort deutsch. Ich meine, das sind ja alles nur Namen. Deutscher ist ein Name, das ist Land Deutschland und so weiter. Das ist ja alles, was man sich, wie es immer so gern gesagt wird, es sind Konstrukte. Also Namen, Sprachen und so weiter. Das sind ja alles Konstrukte, die sich verändern, verändern können. Was bleibt, sind halt die Dinge, die man nicht verändern kann. Wie zum Beispiel Ethnir. Also bist du zum Beispiel weiß, bist du schwarz oder was weiß ich, bist du groß, bist du klein und so weiter und so fort. Da kannst du halt nicht viel machen, weil das ist halt in deiner genetischen Struktur verankert. Du kannst nicht deine Hautfarbe ändern, von heute auf morgen. Das geht nicht. Das ist genau das Gleiche, wenn du asiatisch spielst oder was weiß ich und du kommst von einem asiatischen Land zum Beispiel in ein ein europäisches Land oder ein afrikanisches Land, dann bist du anders. Dann bist du anders. Ich meine, du kriegst die Nationalität, du kriegst sogar die Sprache und so weiter und so fort. Das ist egal, aber du bleibst ja der Mensch, die du bist. So. Ohne jetzt auch, ohne ist jetzt auch negativ aufzufassen, aber du bleibst anders. Du hast deine, du hast deine Eigenschaften, die du hast. Fertig, Punkt, aus. So. Wenn jetzt die Menschen jetzt außerhalb des, äh, unseres Sonnensystems reisen würden oder jetzt hier innerhalb des Sonnensystems, äh, Planeten, äh, kolonisieren würden, wie zum Beispiel den Mars, dann wären das immer noch Menschen. Die, die werden nicht auf magische Art und Weise, ähm, werden sie jetzt, äh, von heute auf morgen würden sie sich jetzt ihre gesamte genetische Struktur verändern und dann werden sie auf einmal Marsianer. Das passiert zwar auch irgendwann, ich meine, dazu gibt es auch, äh, äh, viele Romane, ähm, den ich vielleicht sogar mal in der Zukunft mal, äh, mal, äh, ansprechen werde. Für den, den es uns hier heißt, All Tomorrows. Sehr interessant, aber, äh, ja, dass solche, solche Entwicklungen, ne, die brauchen Zeit, von, das geht nicht so schnell. Aber ja, geben wir euch an. Der hat da Rainer sogar mal recht. Natürlich. Was heißt der Mahl? Was heißt der Mahl? Rainer hat immer recht. Mohn schicken würden, da wird das Kind gebären. Wer ist dann Marsianer? Dann, auf dem Mond ist es doch kein Marsianer. Wenn das Kind da geboren wird? Auf dem Mond? Auf dem Mond vielleicht? Nein, Marsianer. Auf dem Mond vielleicht? Ein Mondkind. Ein Mondkind. Dann wer ist ein Mondkind? Ein Mondkind. Dann bekommt er auch, dann bekommt er auch die Aussage im Mondgesicht. Eine ganz neue Bedeutung. Oh, Rainer, so witzig. Wie komme ich auf, 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 also, selbst der wollte doch sagen, der wollte gerade sagen, man war das scher. Was soll ich, was soll ich verkaufen, verkaufen, verkaufen. Aber ganz ehrlich, ich bin hier schon echt hart angepisst gerade. Ja, Rainer ist hart angepisst, ne, weil man ihm Konter gibt. Rainer kann das überhaupt nicht ausstehen, wenn man ihn berichtigt. Machst du das in deinem normalen Leben nicht mit anderen Leuten über Thesen diskutieren? Also mit deinen Freunden? Ja, genau, Rainer, machst du auf, ne? Er hat keine Freunde. Und mit deiner Familie? Er hat auch keine Familie. Doch, aber für gewöhnlich. Ja, doch, ne? Nein, tust du nicht, Rainer. Du lässt sie doch auch nicht ausreden. Du hast die ganze Zeit dazwischen gesagt, nee, Blödsinn, Schwachsinn, ttt. Du redest dazwischen, was willst du eigentlich? Quatsch, aber du hast dir vorhin auch reingesprochen, das muss man schon mal sagen. ich meine, wir können uns, also es funktioniert erstaunlich gut, ich dachte, du hättest früher gereizt reagiert, bisher, aber es funktioniert erstaunlich gut, aber du hast dir auch reingesprochen, das ist schon. Ja, nachdem ich mir die ganze Zeit reingequatscht habe, wenn jemand mir nicht sagen, reinquatschen, lasse ich ihn auch ausreden. Blödsinn. Wenn mir aber einer die ganze Zeit reinquatscht, sehe ich keinen Grund dafür, dass ich nicht auch reinquatschen sollte. Ja, sehr gerne so. Ich gehe jetzt ganz kurz eine rauchen. Ich könnte sie mal mit bei einem hier anfangen, die ganze Zeit rund zu quatschen. Aber ganz ehrlich, ich habe auch Mitleid mit dir, ganz ehrlich, ich weiß nicht. ich muss mich schon hart zusammenreißen, dass ich sie hier nicht rausschmeißen, also ganz ehrlich. Ja, so geht Rainer normalerweise mit Leuten um. Und gerade jetzt auch wieder, sie ist weg, eine rauchen und er muss hinter ihrem Rücken reden. Allein ist es reingeredet, vor allem, ich habe ihr gesagt, sie soll mich nicht dauernd reinreden, wieder reingeredet. So, da bin ich wieder. Habe ich was für Spaß? Für die, die es interessiert, diese herzhafte Lache ist von einer, von einer bestimmten Ehrenmulle namens Sky. Grüße gehen raus, denn auch sie hat Rainer, sie hat es wirklich geschafft, ein wenig Mett zu produzieren. Sagen wir es so. Wenn man schon beim Thema sind, ne? Wenn man von Teufel spricht. Oh, man hat hinter meinem Rücken geredet. Nein, 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 nein. Ich habe nicht hinter meinem Rücken geredet. Nein, habe ich nicht. Das finde ich ziemlich, also das finde ich richtig lächerlich, wenn jemand immer hinter meinem Rücken redet. Ich habe nur das gesagt, was ich gesagt habe. Das ist halt ein Würstchen, du redest mir schon wieder rein, ich war noch nicht fertig. Ja, genau darüber haben wir geredet. Ja, hast du nicht die Eier in die Hose mir das selber zu sagen? Also, die Atmosphäre wird ein wenig angespannt, ne? Man merkt es. Habe ich dir drei Mal gesagt, ich habe dir drei Mal gesagt, dass du mir nicht reinreden sollst, oder sogar vier Mal die ganze Zeit rein geredet. Nachdem du mir rein geredet hast. Wenn man sich nicht benehmen kann, wenn man sich nicht benehmen kann, sondern andere Leute nicht. Guck bitte in deine DMs. Meine DMs? Ja. Was sind die DMs? In deine Nachricht bei Discord. Weil ihr mal einfach mal hier weggehen. Wo wir hier weggehen, holen wir noch ein System. Ich glaube, du bist geschehen jetzt. Nein. Guck nicht. Guck nicht. Allah. Wir haben uns verstanden, oder? Oh Gott. Ich habe durchaus den Sinn, dass ihr selbst zu sagen, dass du eine arrogante kleine Ziege bist. Ja, jetzt geht es richtig los. Jetzt geht es richtig los. Wirklich. ... tierisch auf den Sack geht. Oh, bist du das so gewohnt? Sagen sonst alle immer, oh du großer YouTuber. Nein. Genau genommen habe ich mit solchen Menschen, wie du, jeden Tag zu tun. Genau deswegen gehen sie mir auf den Sack. Ach so, Kritik und Diskussion. Ja, das kann, Rainer hat jeden Tag mit solchen Leuten zu tun, nur dann kann er halt sie sofort bannen, ne? Das kann Rainer machen, wenn er, wenn er, wenn er im Internet ist. Wenn er auf YouTube ist. Und wenn sie draußen sind, dann schreit er halt wie ein Wahnsinniger. Also wenn sie vor seinem Haus sind. Mit Kritik habe ich kein Problem. Oh, nee, nee, überhaupt nicht, Rainer. Merkt man hier auch wirklich sehr gut, ne? Du bist, du bist gelassen wie ein Schaf. Ja? Du, du, du kommst so wunderbar klar, wenn dir, wenn dir jemand mal, wenn dich mir ein bisschen kritisiert wegen deinen Aussagen. Das ist richtig. Dann hast du aber die falsche Definition von Robin. Von Menschen, die keine Ahnung haben, von mir, mir zu erzählen, was ich angeblich so falsch mache. Ja, Rainer, du bist, du, alles, was du erzählt, das war falsch. Heike, gib wenigstens ein paar Fakten dazu. Du erzählst nur, was du glaubst und was einfach nur hirnverbrannt ist. Und mir zu erzählen, dass mein Glaube kein Glaube ist, nur weil nicht andere tausende Millionen Menschen so dumm sind in meinem Glauben zu folgen. Sorry, aber ich habe kein Problem damit. Das sind alle anderen dumm. Ganz genau, so läuft das. Ja, Professor Doktor Rainer hat immer recht. So läuft das. Alle Menschen sind dumm aus er. Das ist genau, es macht Sinn. Ein Glaube, ein Glaube, den ich habe, macht also weniger Sinn als den Glauben, den eine Million Menschen haben. Massenmenschen, also ganz ehrlich, Leute, die anderen haben auch nicht in der Höhneinsätze zum Denken, sorry. Aber da habe ich... Tut mir leid. Also ich denke relativ viel und sehr viel, aber bei dir kommt gerade nicht so viel über. Ja, Massendenken. Ja, Massendenken, ne? Massendenken. Ey, es ist so unglaublich, ne? Alle Leute sind blöd. Alle Leute sind so dumm, aber nur nicht Rainer, ne? Rainers Gebrabbel von Seelen und was weiß ich, ne? Das ist vollkommen logisch. Das ist anscheinend irgendwie gerade ziemlich verbohrt und ich verstehe das gar nicht. Ich finde es toll, dass du überhaupt noch mit mir redest. Also muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ich unterbrochen jetzt. Ja, aber dass du Kritik nicht von Mobbing oder sonst was unterscheiden kannst. Ich habe 16 Jahre Mobbing-Erfahrung. Ich weiß, was Mobbing ist. Ja, Rainer weiß, was Mobbing ist, ne? Er wurde in der Schule gemobbt, er wurde von den, also er wurde von den Lehrern gemobbt, von den Mitschülern wurde er gemobbt. Er wurde von seinen Arbeitskollegen gemobbt, er wurde von seinen Arbeitgebern gemobbt, also er wurde sein ganzes Leben lang gemobbt, ne? Es war nie Rainers Schuld, komischerweise. Es war nie Rainer, der irgendwas falsch gemacht hat. Es ist schon sehr komisch, ne? Was die alle gegen ihn haben. Ich glaube, besser als du. Woher willst du das wissen? Kennst du mich privat? Kennst du mich? Nein. Fall ich gerade aus der Welt nebenbei bemerkt. Was ist denn jetzt los gewesen? Ich bin einfach aus der Welt geschickt. Rainer, Rainer ignoriert es einfach, ne? Muss ja zocken. Hä? Du bist aus der Welt gefallen? Ja, ich bin einfach, ich habe gegen einen Gegner gekämpft, der hat mich erwischt und plötzlich ist der Boden weg gewesen. Und du bist auf der Karte auch gar nicht mehr drauf. Ja, wie gesagt, lass uns da noch mal die Dinge holen, da ist noch was zum... Lass mal die Dinge holen? Holen. Mal schlag hier, dann kann man das... Ja, spiel noch mit meinem Freund, solange ich ihm das erlaube. Solange du ihm das erlaubst? Sorry. Aber bist du echt so ein Mensch, der anderen sagt, du darfst nicht mit dem befreundet sein, wenn du mit ihm bist? Ich möchte, dass mein Freund einen ordentlichen Umgang hat. Das ist auch sehr vernünftig. Das ist sehr vernünftig. Vor allem, wenn man bedenkt, mit wem er gerade spielt. Ich glaube, ich bin ein besserer Umgang als du. Nein, Rainer. Nein. Nein. Das glaube ich kaum. Nicht so, wie du dich artikulierst und mit mir redest. Oh, artikulieren, großes Wort für Rainer. Ich artikuliere, Mrs. Ich war, ich habe studiert, Mrs. Ich habe, was weiß ich, alles gemacht. Oh, höre ich Neid? Du bist ganz schön Arro... Ja, das ist Neid. Nee, nicht Neid. Doch. Oh, ich höre Neid. Du bist unfassbar arrogant. Ihr müsst euch... Genau, Heike ist arrogant. Heike ist arrogant, nur weil sie ihre Erfolge aufzählt, ja, die auch dazu dienen, natürlich zu untermalen, dass sie Ahnung hat, wovon sie spricht, aber Rainer, der alle anderen als dumm bezeichnet, weil es ihm nicht in seinen Mostkop passt, ja, der Rainer ist nicht arrogant, ne, alle anderen sind blöd, das ist halt ein simpel, das ist ein ganz klarer Fakt. Ne, Heike ist arrogant, alle anderen sind blöd. Rainer hat immer recht, ne, bist du Bescheid. Ich streite mich nicht um dich, wenn du gehen willst, geh, du kannst gehen, du darfst, du darfst mit jedem befreundet sein, mit dem du willst, das juckt mich überhaupt nicht. Wisst ihr, was das ist? Das ist so ein typisches, ähm, so ein typisches, äh, weini weini, ne, was so, was so Kinder machen. Äh, bleib hier, bleib hier, bitte, bitte, du kriegst auch alle meine Spielzeuge. Ja, das ist diese, diese schon ein bisschen weinerliche, was, was so Kinder abziehen. Bitte bleib, bitte bleib, du kriegst auch meine Spielzeuge, du kannst auch meine Süßigkeiten haben, und so weiter und so fort. Ja, weil Rainer, wir kennen Rainer, Rainer ist einsam, ne? Rainer hat nicht so viele Leute, mit denen er zocken kann. Ich kann ihm anderen Menschen Vorschriften machen, ob er mit mir zusammen ist oder nicht. Ich will doch bloß spielen. Du machst jedem Vorschriften. Ja, sobald dir Menschen nicht in den Kram passen, machst du ihnen Vorschriften. Pass auf, was du sagst, sonst fliegst du. Ne? Bluchspielen? Ja, dann kannst du machen, was du willst, das interessiert mich natürlich. Jeder kann, jeder Mensch kann machen, was er will, ich mache keinem anderen Menschen Vorschriften, keins dabei ist. Natürlich machst du das. Hast du so auch mit deinen Freunden? Er hat keine Freunde. Wenn sie es verdienen? Dann hast du noch Freunde? Nee. Nee, wenn man, nee, hat er selbst gesagt, er hat keine. Haha. Von dem Brauch ich so nicht zu reden. du hast also keine Freunde, es wundert mich, warum? Scheiß, wie erträgst du die? Drogen. Nein, nein, nein. Das kaufe ich dir sogar, Alter. Ich bringe den Müll ganz oft raus, dann habe ich nicht so viel Kontakt. Nein. Schatz, könnt ihr euch irgendwie vertragen? Ähm, versöhnen. Wenn er sich bei mir entschuldigt, dann... Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Ich soll mich bei dir entschuldigen, das glaubst du ja wohl selber nicht. Spielt ihr einer Killing Floor? Hi. Gott, ich kann. Der war echt gut. Der Witz war ohne Scheiße. Ja, wie kann Heike es eigentlich wagen? Rainer beleidigt sie als dumme Ziege. Rainer, äh, redet hinter ihm Rücken und sie verlangt dafür eine Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, Entschuldigung. Rainer, der Lord, ja, Professor Doktor Raini? Niemals. Beste Witz heute. Drachenlord, ich, ich kaufe dir auch irgendwas aus der Wunschliste, aber bitte entschuldige dich. Wir brauchst mir überhaupt nichts kaufen, und ich bin unbestechlich. Rainer, so unbestellig, unbestechlich, ne? Ja, natürlich. Ich kaufe dir zwei, so. Der Schatz, du wirst doch wohl nicht wieder bei irgendwelchen YouTube-Burnen irgendeinen Scheiß kaufen. Ich weiß schon, warum ich das Geld verwalte. Wieso macht er das öfter? Oh Gott. Der wird zwar echt der Beste heute, ohne Scheiß. Ich möchte nicht, dass du irgendwelche Internet-Bettler generell irgendwo unterschätzt. Von einer Studentin, die vermutlich nur zwei Jahre ihr Leben gearbeitet hat, dass ich mir jetzt... Junge, Rainer, du bist ein Bettler. Das ist der Hammer. Ja, Rainer, du bist ein Bettler. Du bettelst tagtäglich im Internet. Ja, heute nicht mehr so stark, muss man schon sagen, ne? Weil du hast ja jetzt deine Kohlen vom Haus verkauft. Aber damals, ne? 2020, natürlich hat Rainer gebettelt. Haufenweise gebettelt. Holt mir was von... Wollt ihr mich unterstützen? Dann kauft mir was von meiner, von meiner Battle-Liste. Ja, ich brauch das und das. Ich brauch das und das. Ich brauch das Öl für mein Audi H4. Ich brauch, ich brauch, ich brauch, ich brauch ein Schweißgerät für meinen Zaun. Ich brauch das und das. Ich brauch ein Kärcher und so weiter und so fort. Rainer bettelt nicht. Wer es glaubt. Sagen Sie, das ist ein Schätzchen. Schätzchen, ich bin seit sechs Jahren an der Berliner Oper. Merkt ihr es, ne? Hier auch wieder. Es geht ums Arbeiten. Jemand sagt ihm, ich arbeite so und so viel. Rainer, sofort mehr sagen. Sofort. Er hat nicht mal gewartet, bis sie fertig geredet hat, sondern er hat nur gehört, ich arbeite seit sechs Jahren. Rainer, sofort, ich arbeite seit 14 Jahren. Einfach, einfach irgendwas sagen. Einfach mehr sagen. Ich arbeite seit ich 14, ich arbeite seit ich 14 Jahre bin, ich arbeite seit ich 14 Jahre alt bin und ich bin 30. Ja, also ich arbeite, glaube ich, ein bisschen länger als du. Du bist 30, du arbeitest wie ein 5-Jähriger. Das sagt mir jemand, der damit angibt, dass das seit zwei Jahren irgendwo ist, was ich seit 16 Jahren, aber das ist mir nicht zugehört. Ich bin seit sechs Jahren an der Berliner Staatsoper. Und ich arbeite seit fast zehn Jahren als YouTuber. Ja. Das muss man sich mal geben, ne? Einer arbeitet seit sechs Jahren an der Berliner Staatsoper, der andere arbeitet als, sagen wir mal, in Anführungszeichen, arbeitet als YouTuber seit zehn Jahren in der Müllhalde, irgendwo in Mittelfranken. Entschuldigung, Mittelfranken. Ist auf jeden Fall das Gleiche, ne? Und jetzt kommst du. Und ich arbeite schon, ich arbeite seit meinem 14. Lebensjahr. Ich arbeite seit mehr als 16 Jahren. Jetzt kommst du. Da geht Reiners Schutzinstinkt so richtig, richtig in Fahrt auf, ne? Wenn es ums Arbeiten geht, da geht Rainer richtig in Verteidigungsstellung. Ich lasse mich nicht von einer, von einer Mädel, die seit sechs oder von mir aus seit zehn Jahren irgendwo arbeitet, mit Sicherheit sagt, und dann auch noch studiert hat, und wahrscheinlich während ihres Studiums nicht einmal gearbeitet hat, dass ich mir nichts sagen, dass ich nichts gearbeitet habe. Ich weiß, was Arbeit ist. Ich habe nämlich mal, hey, was machst du denn? Ja, Rainer weiß, was Arbeit ist, ne? Rainer weiß, was Arbeit ist, ne? Weil YouTube ist so harde Arbeit. Rainer schneidet nicht einmal mehr seine Videos. Rainer kloppt, genau wie heute, hat man es ja gesehen, diesen Block 139. Rainer kloppt einfach irgendein 5-Minuten-Video raus, erzählt, ja, muss ich mal schauen, wie ich es mache, muss ich mal gucken, wie ich es mache. Das ist Rainers Content. Einfach Schrott. Oder er zockt Zelda zum 5000. Mal, oder er macht irgendetwas, also, Rainer nennt das alles Arbeit. Kannst du dir nicht ausdenken, ey? Ich habe gesagt, wir müssen noch die Dinger sammeln. Haben wir doch. Die Funkstation haben wir nicht eingenommen. Die Funkstation? Es ist eine Funkstation, und es sind immer drei Dinger vom Tyson DeLiren und die Kiste vom Tyson DeLiren. Genau. Die Kiste vom Tyson DeLiren. Ja, ich habe es aber die Kiste nicht aufgemacht. Und ich war nicht beim, ich war auf dem Weg zu der Funkstation. Also, du bist ein Bettler, weil... Ja, schön, schön, schön angefangen, ne? Du bist ein Bettler, weil... Das ist das, was du ja da angeblich tust, das ist ja keine Handlung. Entschuldigung. Weißt du, andere zu beleidigen, hilft nicht gerade. Das ist keine Beleidigung, Rainer, du bist ein Bettler. Ja. Du bettelst, beziehungsweise damals hast du gebettelt. Du tust, was war nicht auch so, aber eher sehr viel, sehr viel weniger. Du bettelst für alles. Für Unterstützung, für Aufmerksamkeit, ne? Für alles. Die Feststellung, dass jemand ein Bettler ist, ist keine Beleidigung. Natürlich ist es eine Beleidigung. Nur wenn man merkt, dass es die Wahrheit ist, dann ist es eine Beleidigung. Ja, ist es aber nett. Ja, dann musst du die Dinger ja nicht anziehen, oder? Ich lasse mir nicht erzählen, dass ich ein Bettler bin, wenn ich keiner bin. Und das ist beleidigend. Ja, wenn du, aber du nimmst es. Ja, das ist beleidigend, ne? Rainer findet sowas beleidigend, wenn man ihn Bettler nennt. Genau wie bei der Verhandlung, genau wie in seinem Video nach der Gerichtsverhandlung. Ja, die Staatsanwältin nennt ihn Bewährungsversager. Für Rainer ist das eine Beleidigung. Ja? Dass man ihn Bewährungsversager nennt, weil er in der Bewährung versagt hat, soweit denkt er gar nicht. Soweit denkt er gar nicht, warum man ihn so bezeichnet. Das kommt in Rainers Fädel gar nicht an. Sondern er hört etwas Negatives über ihn und für ihn ist das sofort eine Beleidigung. Ja, so geht Rainers Denken. Ja, anscheinend, so wie ich es hören kann. Ich betrachte, das ist ja schön, dass du deine Gefühle hast. Ich nehme es mir nicht zu herzen. Ich brauche es. Ich bin noch nicht fertig. Ja, das bin ich auch die ganze Zeit. Ja, das ist egal. Ja, ich bin noch nicht fertig. Wenn du dir das so zu herzen nimmst, dass ich Beklag ist, dass ich Beklag ist, ne? Ich bin hier derjenige, der der Chef ist. Ich bin derjenige, der die Macht hat. Das ist alles, was Rainer auch zu bieten hat, ne? Das ist alles, was Rainer hat. Ich bin hier der Chef im Discord. Das ist alles, was er hat. Weil er mit nichts gegen das ankommt, was die Heike ihm vorwirft, ne? Und das ist ja alles die Wahrheit, was sie sagt. Dann habe ich ja wohl einen wunden Punkt getroffen. Oh, einen ganz wunden Punkt hast du getroffen, Heike. Einen ganz wunden. Was für eine Ehrenmulle. Also jetzt pass mal auf. Erstens, fange mal damit an, dass du vielleicht mal die Leute, die hier das Sagen haben auf dem TeamSpeak, ein bisschen besser behandeln solltest. Echt mal, behandle ihn mal ein bisschen besser. Ja, Komplimente, ein paar Barne, und ein bisschen den Speer lutschen, dann geht das auch. Ich bin jetzt mal von deinem Hohen. Du hast mich beleidigt, wenn du dich das als beleidigung interpretiert hast. Das ist nicht mein Problem. Du hast mich mindestens dreimal auf verschiedene Weise beleidigt. Du hast mich beleidigt dadurch, dass du sagst, dass ich ein Bettler bin. Du bist ein Bettler, Rainer. Du hast mich beleidigt dadurch, dass du mich anscheinend dafür zu dumm hältst. Du bist furchtbar dumm. Weil ich anscheinend ja nicht studiert habe und so weiter. Hältst du mich anscheinend für dumm? Rainer, es hat nichts damit zu tun, dass du nicht studiert hast. Es geht darum, dass du einfach irgendwelche Dinge in den Raum wirfst und sie nicht verteidigen kannst. Und sobald man deine Äußerung, ja, sobald man deine Äußerung kritisiert und sie mit Fakten widerlegt, beleidigst du rum. Weil du deine Aussagen nicht verteidigen kannst. Und dann gehst du so weit, dass du wissenschaftliche Fakten, wie die Haut ist kein Organ, einfach damit verteidigst, dass du sagst, ja, das ist aber meine Ansicht. Diese Ansichten sind einfach strunzdumm. Ja, und für Rainer, wir merken es, ne, nicht Rainer ist derjenige, der Fehler macht, die anderen machen nur die Fehler, ne. Alle anderen sind dumm, weil sie stecken ja in ihrem Massendenken fest. Rainer ist der, der Recht hat. Rainer hat alles gesehen. Dieser Kerl hat, dieser Kerl ist 32 Jahre alt. Er war noch nie am Meer. Er war noch nie, hat noch gar nicht die Welt gesehen. Er hat gar keine Ahnung, was in der Welt alles los ist. Ja. Und dann sagt er zu Leuten, die, was weiß ich wo, arbeiten, aber auf jeden Fall mehr von der Welt gesehen haben als er, dass die alle einen beschränkten Verstand haben. Ne, und alle so dumm sind. Der Kerl, der nicht mal außerhalb von Deutschland war. Das Einzige, was er wirklich gesehen hat, das Einzige, was er wirklich gesehen hat, war mal Köln und Nürnberg. So, das war's. Was hat Rainer in seinem Leben jemals gesehen? Was hat Rainer in seinem Leben jemals gemacht? Was auch nur irgendwie beeindruckend war. Okay, er hat das Erbe von seiner Familie aus dem Fenster geworfen. Das hat er geschafft. Aber er hat nichts, er hat von gar nichts irgendeine Erfahrung. Von gar nichts. Nur Versagen. Das hat er über die Jahre hin immer wieder geschafft. Er hat es immer wieder geschafft zu versagen. Das ist Rainers, in Anführungszeichen, Erfolg. Und du hast mich dadurch beleidigt, dass du mir sagst, dass das, was ich sehe und was ich betrachte, für dich einfach ein kompletter Fail ist. Und das heißt eigentlich, dass du mich komplett niedermachst. Und das hast du jetzt auf drei Arten gemacht. Also, weil Heike dir widerlegt, was du für einen Müll redest, fühlt Rainer sich gekränkt. Und deswegen ist das eine Beleidigung. Nein, ich habe mich ganz groß geführt. Das ist ein Unterschied, Schätzchen. Dann kommst du mir, ich bin nicht dein Schätzchen, dann kommst du noch dazu, dass du mir sagst, dass du so viel besser bist und was weiß ich alles und dass ich ein Bettler bin, obwohl ich seit drei Jahren, obwohl ich seit 14 Jahre alt bin, für alles, was ich habe, gearbeitet habe. Du hast für gar nichts, was du hast, gearbeitet. Du hast die Lebensversicherung von deinem Vater kassiert. Du hast das Haus bekommen, nachdem du deine Mutter und deine Schwester rausgeekelt hast und hast dann all das, was du hattest, den Bach runterlaufen lassen. Du hast alles ruiniert, was du jemals hattest. Du hast für gar nichts gearbeitet. Du hast alles in deine Ärsche reingeschoben bekommen. Was hast du bekommen? Du hast für nichts gearbeitet. Mit 14 darf man in Deutschland noch überhaupt nicht arbeiten. Mit 14 darf man neben der Schule einen Ferienjob haben. Das ist ja keine Arbeit. Das ist ja Juliarbeit. Ich habe gearbeitet und habe Geld verdient. Das mache ich auf einer Arschbacke. Das kann man sich nicht mitarbeiten. Ich arbeite seit meinem Abitur. Ich habe neben meinen Abiturprüfung angefangen zu arbeiten. Also sagen wir mal mit 23. Ja, genau, Rainer. Mit 23 ist klar, Alter. Da merkt man wieder, er hat keine Ahnung. Nein, mit 18. Stell dir vor, man macht mit 18 sein Abitur. Anscheinend hast du kein Abitur. Das tut mir furchtbar. Nein, ich habe kein Abitur. Rainer hat nicht mal einen Abschluss. Rainer hat nicht mal einen Abschluss. Er ist abgegangen von der Düllischule. Ich bin sonderschön und habe ein besseres Benehmen. Oh ja, das ist... Oh, oh. Ja, natürlich. Ich arbeite... Man merkt es. Mein 14. Lebensjahr, auch wenn du es vielleicht nicht als Arbeit betrachtest. Das ist auch keine Arbeit. Auch meine YouTube-Videos sind Arbeit, auch wenn du es nicht so betrachtest. Was für Arbeit, Rainer? Du schneidest deine Videos nicht. Du hast keinen Content. Du hast nichts auf deinem Kanal zu bieten, was irgendwie originell ist. Du laberst 5 Minuten Schwachsinn und das war's. 99% seiner Themen sind die Hater. Ja, die Kritiker. Die stehen vor meinem Haus. Die machen das und das. Die machen das und das. Und jeden Monat geht die Leier von Neuem los. Es geht wieder und wieder los. Es geht wieder und wieder los. Die bösen Kritiker, die mobben mich. Die mobben mich. Die mobben mich. Immer und immer wieder. Das ist Rainers Content. Und ich hab die Schnauze voll von Leuten, die arrogant sind, ja. Du arbeitest in der Oper? Du singst also? Das ist für viele Leute auch keine Arbeit. Und ich singe auch. Ich mach... Oh, das ist nicht Kunst. Ja, Rainer, Rainer, der große Sängerlord, der weiß es ja natürlich. Der Unterschied ist ganz einfach, Rainer hat keine Ahnung, was singen ist. Rainer in seinen Musikvideos, er brabbelt einfach nur Texte. Er singt ja nicht. Er singt nicht. Er brabbelt die Texte einfach vor sich her und dann wird Musik drunter gemischt. Dann wird das noch mit Autotune verfeinert und dann hat man ein Lied. Aber wenn man sich das mal anhört, er singt ja nicht. Er singt nicht. Ja, er... 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 Er singt einfach nur den Text vor. Fertig. Rainer hat keine Ahnung, was singen ist. Ich mach... Ich werde dafür bezahlt. Ich mach's halt... Ich mach's halt fast neun Jahre. Okay, nach der Logik macht Rainer auch Arbeit. Richtig. Weil ich mach's seit neun Jahren mache ich YouTube. Und ich werde auch dafür bezahlt. YouTube ist keine Arbeit. Das machen Idioten, die auf dem normalen Arbeitsmarkt nicht gelassen. Du stehst auf der Bühne und was von anderen Leuten? Du hast einen Techniker, der sich um die Tontechnik kümmert. Also, was man zu YouTube sagen muss, ähm... Es kommt drauf an, ne? Es sind... Es gibt verschiedene... Es gibt natürlich verschiedene Level von YouTubern, ganz klar. Ähm... Aber was wirklich alle die ganzen erfolgreichen YouTuber vereint, und das sagen die, meine ich auch immer wieder, ist, dass sie halt in erster Linie furchtbares Glück haben. Die hatten Glück überhaupt so groß rauszukommen. Weil man muss sich das mal vorstellen, nur weil man, ähm... einen Kanal hat und dann halt Content raushaut, dadurch ist ja kein Erfolg gewährleistet. Du bist ja nur einer unter Millionen anderen, die auch einen Kanal haben und auch Videos machen. Ja, du... Du hast nichts anderes, außer den... Das... Vielleicht das Glück, dass der Algorithmus deine Videos, äh... Leuten anpreist. Ja, und... Erst dadurch bekommt, bekommt er deine Karriere dann erst einen Lauf, ne? Und dann kannst du erst Geld verdienen. Aber... In erster Linie kann keiner mit YouTube am Anfang wirklich Geld verdienen. Du... Keiner hat am Anfang so eine Reichweite. Und es ist bei den wenigsten, äh... Bei den wirklich wenigsten wirklich ein Erfolg. Du hast jemanden, der sich um dein Licht kümmert. Du hast jemanden, der sich um deine Kostüm kümmert. Und da muss man sagen, bei Rainer ist einfach sein Erfolg, dass er gehasst wird. Das ist Rainers ganzer Erfolg. Er wird einfach gehasst im gesamten deutschen Sprachraum. Das ist Rainers Erfolg. Das macht alles meine Stimme. Aber das verstehst du wahrscheinlich nicht. Deine Stimme zieht dich an? Auch wenn du vielleicht keinen Tontechniker hast, du hast immer noch jemanden, der dich... der dich schminkt. Das mache ich tatsächlich selber. Jeder, der dich um deine Kostüm kümmert. Jemanden, der in irgendeiner anderen Art und Weise versucht, dein Zeug, dein Publikum ranzuschaffen. Du hast tausende Leute, die für dich arbeiten. Das brauche ich gar nicht. Mein Name auf dem Plakat reicht alleine, dass ich alleine bin. Und wo hast du die... Und wie ist es dazu gekommen? Ich habe Talent. Du bist aber nicht die einzige Person auf dieser Welt, die dafür gesorgt hat. Oh, ich habe so viel Talent, dass es reicht. Du bist nicht die einzige Person auf dieser Welt, die dafür gesorgt hat. Weißt du, was du bist? Du bist eine Diva. Und ich kann es mir leisten. Und Rainer, du bist ein Bettler. Ein hochverschuldeter, einsamer Bettler, der auch bald in den Knast wandert. Naja, nee, ist ja das Problem dran. Genau das ist das Problem. Du bist anscheinend sehr arrogant dafür, dass du dein ganzes Leben noch nichts gereistet hast. Alles, was ich von dir weiß, so wurde es gemacht. Alles, was ich mir erarbeitet habe, habe ich alleine gemacht. So, Rainer, das ist der Punkt, wenn andere Erfolg haben, was Rainer, wie ihr gesagt, wenn andere Erfolg haben, dann kriegen sie es nur durch Hilfe hin. Rainer hat Erfolg und hat das alles alleine geschafft. Rainer hat für gar nichts alleine gearbeitet. Für gar nichts. Er hat das Geld, womit er sich seinen PC und seine Internetleitung bereitgestellt hat, hat er durch die Lebensversicherung seines Vaters gekauft. Er hat das Haus bekommen, nachdem er seine Mutter und seine Schwester rausgeekelt hat. Und ab dann, ähm, ja, ging alles den Bach runter. Rainer hat gar nichts gearbeitet. Muss ich dir Respekt zäulen, so läuft das aber nicht. Naja, es fängt damit an, dass ich meine Videos aus eigenen Ideen habe. Es geht damit weiter, dass ich diese Ideen selbst gefilmt habe, selbst geschnitten, selbst bearbeitet, selbst hochgeladen. Das mache ich den 10 Minuten. Ich mache das nämlich nebenbei auch. Ja, Rainer, das machen wir ganzen Kritiker auch, ne? Jeder von uns hat eine andere Art, über dich Videos zu machen. Einige machen Musikvideos, die sind mega geil. Andere machen Compilations über dich. Ja, und andere wie ich, wir reagieren auf deine dummen Aussagen. Ja, und ich mache das seit wie lange? Neun Jahren knapp. Ja, ich mache das seitdem ich meine gesamte Bekanntheit war. Ich habe meine gesamte Bekanntheit, meine gesamte Berühmtheit, wenn man so möchte, habe ich mir alleine erarbeitet. Ja, das muss man sagen. Rainer hat das alleine geschafft. Rainer ist zum meistgehassten Menschen im gesamten deutschen Sprachraum geworden. Ganz alleine. Das hat er ganz alleine hinbekommen. Das ist sein Erfolg. Das hat er hinbekommen. Das ist sein Verdienst. Trotz sechs Jahre irgendwelcher Idioten, die mir sagen wollen, wie dumm ich bin, mir sagen wollen, was ich alles falsch mache, wir sagen wollen, was ich alles bin. Ja, Rainer, hättest du auf diese Kritiker mal gehört und was, was sie dir, was sie dir geraten haben, hättest du darauf gehört, dann wärst du vielleicht nicht in der Lage, in der du jetzt bist. Darf ich, ich will dich ganz kurz, wenn du nur antwortest, ich will meine Kritiker weitergeben, wenn so viele Menschen mir Gegenwind geben und sagen, ich bin nicht talentiert, heißt das, ich bin nicht talentiert, das war der erste Rat, den mir mein Gesangslehrer gegeben hat. Nein, wenn du aufgibst, bevor du es versucht hast, bist du dumm. So, okay, okay, gehen wir mal, okay, das war schon, das war schon ein Stück, aber gehen wir mal nach Rainers Aussage, wenn du aufgibst, bevor du es versucht hast, ist das dumm. Beziehen wir uns mal auf Rainer, Rainer hat es versucht, hat massig abgekackt, hat extrem viel Konter bekommen und ist jetzt die verachtenswerteste Person in Deutschland, in YouTube Deutschland und natürlich darüber hinaus und er macht einfach weiter, er macht einfach weiter, er hat keine Familie mehr, er hat keine Freunde mehr, seine Nachbarn hassen ihn, ja, das ist dumm, Leute, das ist dumm. Nein, das ist dumm, wenn ich merke, siehst du, Heike, sieh es auch so, dass es nicht funktioniert, dann bin ich... das heißt, wenn ich vor fünf Jahren aufgehört hätte, ja, dann hättest du ein wahrscheinlich besseres Leben, hättest du vielleicht noch Kontakt zu deiner Familie, hättest du vielleicht noch ein paar Freunde, du müsstest nicht ins Gefängnis und du hättest wahrscheinlich auch eine geregelte Arbeit. Dann hätte ich... Dann hättest du vielleicht einen richtigen Job gemacht. Genau. Ah, siehste, Heike, Heike weiß, was abgeht. Und wer ist ein vollständiges Mitglied dieser... Ich lasse mir nicht von jemandem, der seit sechs Jahren arbeitet, sagen, dass ich keinen richtigen Job gemacht habe. Ich habe Jobs gemacht. Ja, Rainer, du hast nicht richtig gearbeitet. Du hattest nie eine feste Anstellung. Du wurdest immer von Firma zu Firma geschickt. Die deinen Job finanzieren? Nein. Natürlich. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Ohne einen Bauarbeiter hättest du niemals ein Theater, in dem du spielen könntest. Ich habe in einer Wäscherei gearbeitet. Ohne solche Leute würdest du keine Wäsche haben. Ich habe bei Herstellern von zigtausend verschiedenen Sachen gearbeitet. Von Autos über Süßigkeiten bis hin zu verschiedenen Sachen. Ja, das war Reinas. Das war Reinas Arbeitswerdegang. Er war schon überall. Er war beim Bau. Er war im Stahlwerk. Er hat in den Minen geschuftet und alles möglich. Er hat alles gemacht. Tausend Sachen und noch mehr. Es wurde mal eine Rechnung aufgestellt von Reinas ganzen Aussagen und natürlich auch von seinem Alter und den Jahren und so weiter und wie das alles abgegangen ist. Wurde halt das alles zusammengerechnet und man kam letztendlich raus, dass Reiner insgesamt nur drei Jahre gearbeitet hat. Und das hat man alles ausgerechnet. Seine ganzen, ich glaube da wurden auch noch einige Unterlagen rausgenommen und so weiter und so fort. Mein Gott. Ja, das ist der Punkt. Reiner hat es mit der Arbeit sofort sein lassen, als er halt das Geld von der Lebensversicherung seines Vaters bekommen hat. Da war Arbeiten vorbei. Da kam sofort die YouTube-Karriere und da hat er gedacht, ah, jetzt kommen die Kohlen rein und so weiter und so fort. Ja. Das war Reinas Traum. Dafür, das war Reinas Arbeits, äh, Arbeitszeitraum. Drei Jahre von Firma zu Firma, weil sie ihn alle rausgeschmissen haben. Weil sie alle gesagt haben, ah, diesen Dulli brauchen wir ja nicht. Und, und, auch diese eine Firma, ne, die, äh, die Insolvenz beantragt hatte und danach wurden alle Kollegen übernommen, außer Reiner. Kannst dir nicht vorstellen. Wie zum Beispiel. in deinem System und hast das nicht ertragen, dass niemand gemerkt hat, dass du, du hast gedacht, du bist etwas Besonderes, was du eventuell gar nicht bist. Ich bin etwas Besonderes, im Gegensatz zu einer... Ja, seht ihr, ne? Das ist, ja, Reiner ist was ganz Besonderes, ne? Reiner ist was ganz, ganz Besonderes. Aber die anderen sind zu dumm, um das zu erkennen. So. So läuft das. Deswegen musstest du aus dem System ausbrechen. Das ist echt traurig. Ja, aber der Witz ist, ich konnte ausbrechen, weil... Ja, Reiner, Reiner konnte ausbrechen. Reiner hat's geschafft, ne? Er lebt jetzt in einer Müllhalde und bekommt zwei Jahre in der JVA aufgebrummt. Wahrscheinlich mehr eigentlich. Kannst du dir nicht ausdenken. Reiner ist ausgebrochen und muss jetzt in den Knast. Ja, so schnell kann's kommen. Ich es aus eigener Kraft schaffe. Du hast alles, was du hast, wie es offensichtlich aussieht, nach... Wieder? Es ist... Es war nicht aus eigener Kraft. Er konnte es nur wegen der Lebensversicherung seines Vaters, wegen dem Geld, das kam. Ne? Und... Wer hätte ja seine Mutter und seine Schwester nicht rausgeekelt, hätte er nicht mal ein Dach über den Kopf wahrscheinlich. ...geschmissen bekommen. Ich hab dafür gekämpft. Nein, ich... Er hat dafür gekämpft, Leute. Er hat dafür gekämpft. Er hat dafür gekämpft, ne? Für das Haus und für das Geld. Ist klar, eh Junge. Zehn Jahre lang. Er hat dafür gearbeitet. Stell dir vor. Ja, Reinhardt hat dafür zehn Jahre lang gekämpft, ne? Der meistgaste Mensch in Deutschland zu werden. Ja, genau. Und das hab ich nicht gemacht. 1% Talent, 99% Arbeit. Mhm. Und deswegen... Und deswegen hab ich auch zigtausend Klicks mit meinen Videos. Kleiner, du hast ein paar tausend Klicks. Und wenn's hochkommt, sind's 10.000. So, fertig. Für jemanden, der 170.000 Abonnenten hat, ist das schon ziemlich arm. Holst du dir darauf abends einen runter? Nur so als Interesse, wenn du damit jetzt flexen musst, holst du dir abends einen drauf runter? Nö. Natürlich macht er das. Natürlich macht Reinhardt das. Ja? Diese 170.000, die jetzt auf seinem... Oder 170 oder 180, wie viele das jetzt sind, Abonnenten, die er da hat, dass die meisten davon Abo-Leichen und gekaufte Abos sind, das ist für Reinhardt auch vollkommen egal. Ja? Hauptsache große Zahlen. Ne? Und große Zahlen sind sehr schön. Ich habe Weiber, die das machen. Ja, anscheinend. Sonst würdest du jetzt... Ja, ich habe... Oh mein Gott, ey, schon wieder. Ich habe Weiber, die das machen. Ich versuche damit zu flexen. Ich habe jeden Abend eine volle Vorstellung. Da passen so 2005 von... 2500. 2500. Ich habe jeden Monat nur ansatzweise in 28 Tagen... Ich habe in 28 Tagen... Arbeitstagen pro Woche. Jeden Abend 6.000, davon wichst du dir ein. Sowas hätte... Die Eike geht richtig ab. Wahrscheinlich gerne. Ja, jeden Abend mit Sicherheit. Weißt du was? Das ist so kindisch, also ohne Scheiß. Weißt du was? Ich rede gar nicht mehr mit dir, aber mit Losern wie dir rede ich nicht. Ohne Scheiß. So einen Kindergarten lasse ich mir nicht anhängen. Ich habe alles, was ich habe mir alleine erarbeitet, hat er nicht. Eigener Kraft. Hat er nicht. Ich habe nicht in irgendeinem Theater gehabt. Ich habe keinen Typen, der mich in irgendeiner Art und Weise unterstützt hat. Ja, weil du es wahrscheinlich nicht wert hast, dass man investiert hat. Doch, Rainer, du warst es nicht wert. Deswegen wurdest du auch als einziger von deiner Firma nicht übernommen. Fertig. Nein, ich war es nicht nötig, dass man den einen investiert, dann wird der einen investiert. Ich hatte es nicht nötig, dass andere mir irgendwas helfen. Ich habe mein Zeug alleine geschafft. Ja, Rainer hat es alleine geschafft, ne? Rainer hat es alleine geschafft, das Erbe von seinen Eltern und seinen Großeltern in das hier zu verwandeln. Ja, in einem Müllhalde, wo sich heute Ungeziefer und Katzen und Sonstiges rumtreibt. Rainer hat es alleine geschafft, dass er zwei Jahre in die JVA kommt. Das hat Rainer ganz allein geschafft. Und da bin ich stolz drauf, weil im Gegensatz zu anderen Menschen kann ich mir das leisten. Im Gegensatz zu anderen Menschen kann er sich das leisten, ja. Er kann sich das leisten, ne? Er kann sich das leisten. So, wie schaut es denn aus? Wo müssen wir das nächste sehen? Ja, anscheinend kannst du es dir nicht live. Lasertag im Weltall. Aber ich bin es nicht schon, weil sonst wäre ich ja wohl kaum hier. Rainer, du bist nur hier. Ja, du bist jetzt noch hier, weil die Leute deiner Gemeinde solche Dullis sind, dass sie dich einfach gewähren lassen. Wärst du irgendwo in der Stadt oder vielleicht sogar in den USA, dann hättest du es noch hundertmal schwerer, ja. Du hast Glück, dass du in Deutschland lebst, wo du immer auf einem weichen Kissen landest. In den USA wirst du längst auf der Straße, längst. Alter. Du hast einen kostenlosen Discord und schaffst Leute in einem geschlossenen Raum um dich. Das nenne ich jetzt aber nicht wirklich... Wenn ich den Raum hier aufmachen würde, wenn ich den Raum aufmachen würde, hätte ich... Ich habe mit deinen Fans unten geredet. Wir halten dich alle für den Idioten. Weil es keine Fans sind, weil es Idioten und Haters sind. Ja, Rainer, warum sind die dann da? Wenn wir keine Fans, wenn das doch hier ein Fan-Channel ist, warum sind hier keine Fans? Ja, Rainer, warum denn? Kannst du es dir erklären? Da muss ich hier mal beipflichten, wie viele wirkliche Fans hast du hier getroffen, Wache? Ganz ehrlich. Ja, siehste, Rainer weiß, dass die meisten seiner Zuschauer Kritiker sind, ne? Er weiß, dass die wenigsten wirkliche Fans sind, also wirkliche Drachen-Dullis. Rainer weiß das, aber er will nicht darauf eingehen. Such mal neutral zu sein. Kannst du den Unterschied zwischen Fans und Hater auseinanderhalten? Ja, Rainer. Das geht ganz einfach, ne? Fans, die mögen einen Menschen für das, was er tut und wie er sich gibt. Die mögen seinen Content und seinen Charakter. So. Kritiker, die kritisieren das, ne? Die sagen dir, was ihnen daran nicht gefällt. Die sagen ihnen warum. Und die sagen auch, was man eigentlich besser machen könnte. Ja, und die Trollen und verarschen dich auch wahrscheinlich ein bisschen. Bei mir? Du kennst mich ja. Das Problem ist, ein Fan wird sich auf dem Discord wohl kaum als Fan outen, wenn er unter tausenden Hatern ist. So, das heißt also, wie Rainer es gesagt hat, es gibt also mehr Kritiker, als es Fans gibt. Das hat er jetzt gerade gesagt. Oder hältst du das für wahrscheinlich? Ja, aber ich sehe halt, wie viele sich andersrum outen. Ja, der Witz ist, dass es in dem Netz, wenn es wirklich so wäre, dass ich nur Hater habe, warum würde es dann, warum wurde dann die Hateraktionen schon vorm Corona weit weniger? Ja, vielleicht, weil die Leute einfach keinen Bock haben, Rainer. Wer sagt denn, dass das weniger wird, nur weil du es so sagst, oder was? Die Leute kommen doch immer noch zu dir, Rainer. Es kommen die Leute doch immer noch zu dir. Vielleicht, vielleicht, weil es einfach langweilig wurde. Vielleicht, weil es einfach nicht mehr Neues gab von dir. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das war der Affenkeks, der gesagt hat, doch, ich glaube, das war der Affenkeks, der zu ihm gesagt hat, dass er einfach keine Power mehr hat. Dass es immer wieder das Gleiche ist. Immer ein bisschen Lülülü, ein bisschen Brüllheulende und es ist immer das Gleiche. Deswegen wenden sich wahrscheinlich die meisten ab und die anderen haben natürlich, wir alle haben natürlich auch ein anderes Leben, Rainer. Wir arbeiten, wir studieren, Kack-Studenten und so. Wir haben Familie, wir haben Freunde, du bist nicht der Kern unseres Lebens. Nicht alles dreht sich bei uns um dich. Aber das Ding ist, Rainer glaubt das. Rainer glaubt, das wirklich, das sich bei uns alles um ihn dreht. Er glaubt das wirklich. In den letzten 5 Monaten, in den letzten 6 Monaten, aber 6 Jahre, aber 6 Jahre haben sie ihre Zeit mit mir verschwendet, aber 6 Jahre verschwinden sie das auch nicht mehr. Das sind doch immer wieder neue, Rainer. Es kommen immer wieder neue. In mehreren Channels, keiner von diesen Menschen in diesen Hohen sind deine Fans. Ich hab's nicht nötig, dass mich da jemand mag. Gutes Wort über dich verloren. Und weiter? Ich glaub, du bist ein Schmarotzer, du bist ein dickerfetter Mann, der wohl irgendein Gerbe betrogen hat. Sie haben mir nur schlechte Dinge gemacht. Okay, mal sehen. Wie auch hat sie mich jetzt beleidigt? Wie auch hat sie mich jetzt beleidigt? Ich gebe dir wieder, was mir Leute über dich erzählt. Ich hab keinen Bock mehr mit seiner Loserin. Ganz ehrlich, sorry, ganz ehrlich, ich hab nichts gegen dich. Du kannst hier gerne bleiben, wenn du, wenn sie es dir erlaubt, wenn sie unbedingt meinen, das ist so zickig, das ist so zickig, das ist so zickig, das ist so zickig. Ja, ich glaube, er hat sie jetzt auch schon gebannt. Ja, so läuft das, so läuft das. Wenn Rainer mit der Wahrheit konfrontiert wird, dass er keine wirklichen Fans hat und wenn, ist es wirklich die absolute Minderheit. Das weiß Rainer. Er hat ja selbst gesagt, er weiß das, aber wenn man ihn damit konfrontiert und dann diesen Gedanken fortführt, warum es so ist, das blendet Rainer komplett aus und Rainer will sich überhaupt nicht damit befassen. Weil er weiß, dass er das Problem ist. Und wenn Rainer akzeptieren müsste, dass er das Problem ist, müsste er sich ja selbst kritisieren. Und das will Rainer nicht, weil sein ganzer Narzissmus ihn davon abhält. Ich habe nichts gegen dich. Wirklich nicht, ja? Aber wenn sie mir so tierisch auf den Sack gehen muss, dann hat sie hier absolut nichts verloren. Aber Drachen, nur, dass du jetzt mal weißt, genau das ist doch, was alle wollen von dir. Dass du genau so reagierst. Das ist doch das, was ihr antreibt. Wenn du mal wirklich selbstironisch umgehen würdest. Mach es besser. Nach sechs... Ja, mach es besser. Rainer, mach du es doch besser. Lösch deinen Kanal. Geh arbeiten. In sechs Jahren reden wir nochmal. Mal schauen, ob du sechs Jahre überstehst. Der Witz ist halt, dass mir jeder immer sagt, ja, die wollen doch alle nur, die wollen doch alle nur. Ich sag dir nur, wie es ist. Ich will dir nur einen. Ja, meinst du, ich weiß das nicht, wie es ist. Ja, Rainer, wenn du es weißt. Das ist doch wieder die Frage, Rainer, wenn du es weißt. Warum machst du es dann trotzdem weiter? Und ich meine, wir kennen die Antwort. Wir kennen die Antwort. Es ist einfach sein enormer, enormer Narzissmus, der da kickt. Rainer ist unfähig, Fehler einzugestehen. Er ist total unfähig dazu. Weil wenn Rainer sich selbst kritisieren müsste, sich mit sich selbst befassen müsste, dann müsste er auch diese ganzen Fehler, diese ganzen Fehlentscheidungen akzeptieren und darüber nachdenken, was er eigentlich macht. Und das kann Rainer nicht. Das kann er wirklich nicht. Weil dann müsste er, dann könnte er ja gar nicht mehr das höchste Wesen sein. Das geht nicht klar. Weil dieses, diese, dieser Narzissmus und diese Arroganz, das ist ja alles, was ihn irgendwie in seinem Kopf noch irgendwie zusammenhält. Das ist das Einzige, was Rainer noch so ein bisschen, nennen wir es mal, Lebensmut gibt. Dass er sich selbst belügt. Sonst könnte er, ganz im Ernst, man könnte doch, er könnte doch gar nicht mehr weitermachen, wenn er, wenn er, wenn er sich eingestehen müsste, dass sein ganzes Leben ein einziges Versagen war. Wie, wie sollte er damit weiterleben können? Also ich, ich glaube, das, das, das wäre das Schlimmste. Deswegen, deswegen kann er sich damit nicht konfrontieren. Er, er könnte sich wirklich nicht eingestehen, dass sein ganzes Leben nur aus Versagen bestand. Ich weiß es wahrscheinlich besser als jeder andere, wie das ist. Aber ich lasse mich nicht von jemandem, und ich habe, ich habe mich jetzt echt lange zusammengerissen. Ja, das, du hast dich aber am liebsten, am liebsten hätte ich die jetzt erschossen, Alter. Ja, und hier geht es auch weiter, ne, nach den ganzen Androhungen und Beleidigungen, ne, jetzt geht es weiter mit den Gewaltfantasien, natürlich. So aggressiv bin ich gerade. Ja, du bist aggressiv, ne, weil ihm jemand Konter gibt. Weil ihn jemand die Realität vor Augen führt. Da wird reiner aggressiv. und dann kommt der Bannhammer, ne. Bannhammer, Gewaltfantasien, und wenn er die Leute halt eben nicht bannen kann, dann steigert sich diese Aggressivität und dann schreit er einfach. Ne, er schreit um 3 Uhr, 4 Uhr morgens aus dem Fenster lauthals in die Straßen raus. Vollkommen egal. Rainer, er schlägt seine Fenster ein, er schlägt seine Spiegel ein. Rainer hat ein massives Aggressionsproblem, ne, weil er diese Sachen nicht kontrollieren kann. Ja, Rainer ist ein, muss man auch sagen, ein Kontrollfreak. Und was er nicht kontrollieren kann, da muss er halt dann seine Wut rauslassen. Irgendwie. Entschuldigung, Entschuldigung, Wie gesagt, wie gesagt, ich hab nichts gegen dich, ja. Ich hab auch keinen Stress mit dir zu zocken oder sonst was, kein Ding, aber sorry, die geht mir so tierisch auf den Sack, ich hätte die, glaube ich, erschossen, wenn die jetzt neben mir gestanden wäre. Die ist eigentlich letztlich, normalerweise ist sie nicht so. Das kann ich nur für dich hoffen. Also, wenn die immer so ist, Alter, das ist ja ohne Scheiß, sie ist voll die Diva und ich bin da schon stolz drauf. Alter, so ist man noch nicht stolz, so was ist einem peinlich, Alter. Weißt du, worauf du stolz bist? Auf diese Müllhalde. Ja, auf diese Müllhalde und auf dich, was du geworden bist. Darauf bist du stolz. dass du in den Knast gehen musst und dass ihr dein Bein abfault. Das ist dir vollkommen egal. Das hat er, das hat er beides vollkommen, dass er sich selbst, ne, sich selbst quasi kaputt macht, ne, durch das Rumsitzen, das Fressen, bis zum Gehtnichtmehr, dass er sich selbst kaputt macht, seinen Körper selbst zerstört. Das ist ihm vollkommen egal. Darauf ist er stolz. Wo müssen wir überhaupt hin jetzt? Wir müssen zu Reese. Oh, der schon wieder. Das ist auch so ein Vollpfung, ey. Ne, sorry, aber das ist mir jetzt echt so tierisch auf den Sack gegangen, ey. Chris, wie möchtest du das jetzt gut machen? Ja, keine Ahnung. Tut mir leid. Ich bin nämlich um. Ich fange ein neues Leben an. Sieht aus. Aber ganz ehrlich, das ist so ein typisches Mädchen, ja, die alles in den Arsch geschoben gekriegt hat im Laufe. Ja, ein typisches Mädchen, ne. Hier geht's auch schon wieder gegen Frauen, ne. Weil Rainer, das ist hier wieder, was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ne, Rainer kann es nicht ab, wenn Frauen ihm Konter geben. Er kann das überhaupt nicht ab. Ja, wenn es Typen tun, okay, das machen sie jeden Tag, ja. Sind zehn Typen, die ihm irgendwie beleidigen und so weiter. Wenn es Frauen tun, dann gibt, dann ist er schon bei ihm wie ein Stich ins Herz, ja. Dann ist der große Macker da nicht mehr so, 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 vorlaut. Auf ihr das Leben. Na, das kann ich jetzt nicht so unterstützen. Ja, die hat schon, die hat schon viel, das, das Gespräch einfach allgemein halt, wie es angefangen hat. Ja, für Rainer war sie arrogant, für Rainer hat sie alles in den Hintern geschoben bekommen, weil sie für das, was sie erreicht hat, gearbeitet hat, ne, ne, ihr, ihr, ihre Bildung und so weiter und ihre Arbeit, dass sie dafür gearbeitet hat, das ist für Rainer vollkommen unverständlich, ne, nur Rainer weiß, was harte Arbeit ist, ne, nur Rainer weiß das. Er hat sein Leben lang gearbeitet, alle anderen, ha, überhaupt nicht. Ja, so mit Glauben und sowas, das ist Religion, ne, das führt ja zu Kriege und so, ne. Wenn du mich fragst, wenn du mich fragst, das ist eine, die einfach nur ihren Glauben hat und allen anderen alles aufzwingen will, dass ich glaube. Rainer, du hast doch davon geredet, dass alle anderen dumm sind. Du hast doch gesagt, dass die anderen in ihrem Massendenken festhalten und dass du der Einzige bist, der hier ein bisschen frei denkt. Das hast du gesagt. Entschuldigung. Also sie wollte nichts aufzwingen, das glaube ich nicht. Also so wie die, die haben die jetzt gekickt oder gebannt. Ich habe die gebannt. Natürlich hat er das. Also ich habe sie dreimal gewandt, wenn sie mich unterbricht, fliegt sie raus und die hat mich ungefähr 20 Mal unterbrochen in der Zwischenzeit. Ich war erstaunt, dass du überhaupt so lange durchgehalten hast. Ich habe schon viel früher damit gerechnet. Ich habe eigentlich nur wegen, ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Ich habe nur wegen Chirai darauf verzichtet, sie zu bannen eigentlich. Und ich habe gedacht, vielleicht zieht es endlich mal ein, dass man vielleicht jemanden, der hier Chef auf dem Server ist, ein bisschen anders behandeln soll. Ja, Chef auf dem Server. Das ist alles, was Rainer zu bieten hat. Das ist alles, was Rainer vorzuweisen hat. Seine Abonnentenzahlen auf YouTube. Er ist der Chef auf dem Discord. Das alles, was Rainer zu bieten hat. Weil mehr hat er ja nicht. Das ist das Einzige, womit er wirklich sich stark fühlt. Wenn er Leute bannen kann. Da zuckt der Pensy wie verrückt. Alter. Aber offensichtlich nicht sonderlich viel daran. Ja, aber wieso, genau, wieso nutzt du das so aus? Ja, weil er sich damit geil fühlt. Weil er, weil das Rainer, äh, Macht gibt, ne? Dann hat er hier die Macht. Du hier immer Chef sein willst. Also ich meine, ich habe das ausgenutzt. Ich habe sie wie lange überleben lassen? Nein, ich meine, du könntest sie. Überleben lassen. Okay, alles klar. Ja, Rainer, der Großzügigkeit zu los. Wir kennen es. Oh Gott. So, Leute. Das war schon echt lang. Ja, hier haben wir mal ein schönes Beispiel bekommen, wie Rainer reagiert, wenn er mal von einer Frau konfrontiert wird. Also ich finde es immer noch eines der witzigsten Videos, äh, Konfrontationen, die es im Game gibt. Weil man sieht einfach so klar, wie Rainer, wie Rainer es überhaupt nicht abkann, wenn ihm jemand Konter gibt. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da, macht was ihr wollt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder da. Hier auf meinem Kanal. Beim nächsten Video. Und ich sag dann, tschüss, euer Joker und bye bye.